Ich bin auch bei der Wahl des Beisitzers zur Verfügung und ich habe eigentlich keine Lust, mich da nochmal vorzustellen, das ist Zeitverschwendung. Grundsätzlich möchte ich ein ganz bisschen was zu mir sagen und was ich gerne sehen würde oder wie ich ein Vorstandsamt als zweiter Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender ausführen würde. Wie gesagt, ich bin 19 Jahre alt, habe Abi gemacht und war danach Pirat und werde Ende dieses Jahres oder zum Wintersemester anfangen zu studieren, egal ob ich jetzt gewählt werde oder nicht, sei auch gleich dazu gesagt. Ich bin im Vorstand im Kreisverband Hameln-Pyrmont noch, der wird demnächst neu gewählt. Ich habe kein Interesse an großartiger Ämterhäufung. Wenn es nicht zwingend notwendig ist, würde ich da nicht mehr antreten, wenn ich ein Vorstandsamt auf Landesebene bekomme. Grundsätzlich dazu, was ich mir vorstelle, wie ich dieses Amt ausführen würde. Ich halte es bei Piraten für ganz, ganz, ganz klar, dass Vorstände nur eine einzige Aufgabe haben und zwar der Basis, die Arbeit zu ermöglichen. Ich habe es in letzter Zeit öfter beobachtet, bei sehr vielen Vorständen. Ich glaube, beim Bundesvorstand habt ihr das vielleicht auch ein bisschen beobachtet, dass es ziemlich schnell dazu tendiert, dass Vorstände anfangen, zumindest inhaltliche Anstöße zu geben. Das werde ich nicht tun und ich bin auch, was politische, inhaltliche Arbeit angeht, bisher nicht sehr in Erscheinung getreten. Das wird auch weiterhin so sein. Ich sehe meine Rolle, egal ob mit Amt oder ohne Amt, eher in der Organisation und das habe ich auch im Wahlkampf gemacht. Ich habe dort einen Vollzeitjob gemacht, es hat mir Spaß gemacht und ich habe da gesehen, wie man eine Vorstandsarbeit machen kann und wie man sie vielleicht auch besser machen kann. Eine Sache, die ich organisatorisch sehr, sehr gut finde, die im vergangenen Jahr angestoßen wurde, sind Beauftragungen, die vergeben wurden. Ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Ich glaube, der Vorstand darf nicht alle Sachen selber machen, sondern muss diese Beauftragung vergeben. Eine Sache, die da aber zugehört, wo ich mich sehr hinterhängen würde, wäre, dass diese Beauftragungen auch überprüft werden. Das heißt, man muss regelmäßig nachsehen, arbeiten diese Beauftragten und muss dementsprechend auch ziemlich viel mit diesen Beauftragten kommunizieren, gerade als Vorstand, damit man weiterhin vernetzt bleibt. Es reicht nicht, eine Aufgabe an wen anders abzugeben und damit war es das dann, sondern man muss es überprüfen, man muss mit den Leuten reden, damit es im Landesverband funktioniert mit diesen Beauftragungen. Eine Sache, die ich im Wahlkampf selber gelernt habe, sehr, sehr schmerzlich gelernt habe, ist, dass man Aufgaben, wenn sie nicht funktionieren, nicht einfach selber übernehmen darf. Das habe ich im Wahlkampf leider gemacht. Ich habe an einigen Stellen gesehen, okay, da funktioniert was nicht, obwohl es eigentlich die Aufgabe, oder es war in dem Punkt die Aufgabe von jemandem anderes. Ich habe es dann einfach selber gemacht. Diesen Fehler werde ich nicht nochmal tun, damit ging es mir persönlich nicht gut und ich glaube, auch die Arbeit hat darunter gelitten. Es sind auch bei mir ziemlich viele Sachen hinten runtergefallen. Das finde ich nicht schön. Ich hatte irgendwann nicht mehr die Zeit, so zu kommunizieren, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte von einem Beauftragten. Und genau das werde ich dementsprechend nicht mehr machen. Und da würde ich auch, egal ob Vorstand, Beisitzer oder überhaupt nichts, in Anführungszeichen, würde ich auch immer wieder darauf achten, dass der Vorstand nicht zu sehr in Detailarbeit geht, sondern eher überprüft, was die Beauftragten machen. So, ich überlege gerade nochmal. Ich glaube, das war es erstmal, was ich von mir aus vorstellen möchte. Wie gesagt, ich werde keine inhaltlichen Sachen äußern, weder öffentlich noch intern. Auch bei Parteiveranstaltungen werde ich keine Reden schwingen bezüglich irgendwelcher Linien, die wir vorzugeben haben oder wie wir unsere Politik gestalten sollen, sondern ich sehe es so, dass der Vorstand die Aufgabe hat, euch uns zu ermöglichen, ganz vernünftige, inhaltliche Arbeit zu machen. Und da muss er sich eben daran richten, was gebraucht wird. Das sind Parteitage, das können auch Barcamps sein, genauso wie Online-Abstimmungs- oder Meinungsfindungstools, Erarbeitungstools. Das gehört alles dazu, natürlich aber auch so einfache Aufgaben, also nicht einfach, aber so einfache, langweilige Aufgaben wie Mitgliederverwaltung und so weiter. Wir werden ja gleich noch eine Kandidatenbefragung machen, bitte befragt mich. Grundsätzlich, ich selber traue mir die Aufgabe zu, zumindest so wie ich es mir vorstelle, wie man so eine Aufgabe ausführen kann. Wenn ihr es mir auch zutraut, fände ich das ziemlich cool und würde mich freuen, den Posten zu übernehmen. Danke. Der nächste Kandidat, bitteschön. Guten Morgen, liebe Piraten, für manche auch Mahlzeit. Mein Name ist Carsten Savosch, ich bin, wie ich das gestern schon gesagt habe, im Moment noch der derzeitige Vorsitzende im Regionsverband Hannover. Und habe mich vor einiger Zeit entschlossen, dass ich meine Kandidatur hier setzen werde für den stellvertretenden Landesvorsitzenden. Ich habe gestern, nachdem ich aufgehört habe mit dem Facepalming, überlegt, machst du es oder machst du es nicht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es tun werde, weil sonst würde ich jetzt hier nicht stehen. Als Begründung, warum ich es gerne machen möchte, kann ich euch ganz klar sagen, dass wir solche Tage, wie wir sie gestern erlebt haben, nicht mehr gebrauchen können. Wir haben es geschafft, gestern über einen Satzungsänderungsantrag abzustimmen, der dann aufgrund fehlender Zweidrittelmehrheit abgelehnt wurde und einen ersten Vorsitzenden zu wählen. Wer das nach außen hin in irgendeiner Art und Weise als positiv vertreten möchte, der soll es mir sagen, wie das geht. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Meine Frau hat mich heute Morgen mit den Worten begrüßt, hab das wieder verkackt. Es ist echt wahr. Und dann stehst du zu Hause und hast keine Worte mehr. Ich will es auch kurz machen. Wir haben gestern genug Zeit verplempert. Mein Name, wie gesagt, Carsten Saber. Ich bin derzeit 44 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr in Osnabrück einmal einen Anlauf genommen, als Beisitzer zu kandidieren und wurde dann aufgefordert, arbeite erst mal. Das habe ich jetzt, glaube ich, ein Jahr lang gemacht. Ich habe mich präsentiert. Ich habe gearbeitet im Bereich der Presse, im Bereich des Sekretariats. Und genau da setze ich auch an. Das sind die Strukturen, die wir aufzubauen haben. Das sind die Strukturen, die wir zu verbessern haben. Und diese Strukturen müssen für uns arbeiten, damit wir in der Lage sind, vernünftige Landesparteitage abzuhalten und auch günstige Aufstellungsversammlungen durchzuführen. Das ist mein Ziel. Ansonsten bitte ich euch einfach um eure Stimme. Wir wählen nachher und ihr habt dann noch vorher die Möglichkeit, mich entsprechend zu befragen. Dankeschön. Der Herr Sikas, bitte. Hallo. Guten Morgen, liebe Piraten. Ich stehe jetzt hier oben, weil ich meine Kandidatur für den zweiten Vorsitzenden zurückziehen wollte. Mit der Begründung, dass Kevin ist erster Vorsitzender und ich kann sehr gut mit Kevin zusammenarbeiten. Und wir ergänzen uns nicht gut genug. Wir kommen beide aus Osnabrück und sind uns sehr ähnlich, was unsere Arbeitsauffassung angeht. Was die Zuverlässigkeit angeht, nicht ganz so. Aber ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Diversität brauchen. Das heißt also, ich möchte gerne, dass der zweite Vorsitzende nicht aus Osnabrück kommt, sondern aus einem anderen Kreisverband. Und der Kevins Eigenschaften an anderer Stelle ergänzt. So, darum trete ich für den zweiten Vorsitzenden nicht mehr an. Dankeschön. Applaus Der Stefan Ackerblum. Ja, guten Morgen. Stefan heiße ich. Ich bin 52 Jahre alt und im Herzen Pirat. Leider erst seit 2009 auch Mitglied der Partei, was ja relativ lange ist eigentlich schon. Aber ich habe endlich eine Partei gefunden mit 49, wo ich mich gut aufgehoben fühle. Wir sind ja hier in den Gefilden von Wilhelm Busch und ich werde mich nicht ganz so kurz fassen wie die anderen, aber ich habe keine Angst, es wird keine lange Rede. Und er sagt ja also laut, der Lämpel, er sagt, also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Und ich denke, das gilt auch für uns. Frage, wer hier im Saal möchte denn, dass die Piraten im Parlamenten vertreten ist? Ich nehme jetzt nicht deinen Job weg, ne? Bitte Karte heben. Gegenprobe. Klar machen zum Ändern, das ist unser Motto. Wir wollen das System ändern und erwarten von Wählerinnen und Wählern, dass sie das gut heißen. Hört man mich gut? Wie sieht es dann eigentlich bei uns selbst aus? Sind wir denn willens, uns zu ändern oder zumindest etwas anders zu machen? Anders zu machen? Ich verlange nicht von euch, dass ihr euch ändert, aber ich glaube, unser Eklat hier zur Wahl, und wir wollen in die Parlamente, habt ihr gerade gesagt, das bedarf, dass wir etwas anders machen. Einige Leute haben nach der Wahl jubelnd wieder gesagt, also jetzt erst recht so weiter, aber inzwischen merke ich aber auch, dass sehr viele erkannt haben, ich hörte ja auch die Reden von Andreas und so weiter und Kevin, dass wir sehr wohl ein bisschen was anders machen müssen, um erfolgreich zu sein. Weil wir machen das ja nicht la pour la, diese ganzen Geschichten, sondern wir wollen in die Parlamente, damit wir was ändern können. Und dazu bedarf es, dass auch die Wähler und Wählerinnen uns vertrauen. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Jemand sagte gestern auch, wir verfallen in Selbstbeschäftigung, Selbstbeweihräucherung, Nabelschau und denken, wir sind wahrheitslässt der Schluss. Und wenn wir uns das bottom line anschauen, war es wohl nicht so. Dass genügend Wählerinnen und Wähler uns vertrauen, sie in den Parlamenten zu vertreten. Also meiner Meinung nach müssen wir back to the roots. Wir haben uns tatsächlich verleiten lassen, da ein breites Programm zu machen. Da wurde vielleicht 20 Prozent, was wir können, das ist nach wie vor tip top. Und das alles, was wir noch lernen müssen, das ist so halbe halbe Sachen. Das nützt uns nicht, das ist nicht überzeugend. Lass uns das nach und nach erarbeiten. Und übrigens bin ich nicht der Meinung von Andreas, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass uns andere kopieren. Und dass sie, wie Kipping jetzt mit dem BGE und so weiter, sagen, das sei in ihrer Idee. Das ist schon mal ein toller Erfolg, dass sie uns kopieren. Aber wir sollten denen nicht die Krone aufsetzen lassen dürfen und sagen, das seien unsere Ideen, sondern sie einfach nur beglückwünschen, dass sie unsere Ideen kopieren. Weil dann hätten wir auch was erreicht. Warum erscheinen wir denn wohl nicht so zuverlässig oder dass man uns vertrauen kann bei den Wählern? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ein bisschen zu sehr Aktionismus zeigen. Ich habe nichts gegen Aktionismus, aber er sollte schon ein bisschen überlegt sein. Wir bieten furchtbar viele Flanken, indem wir einfach losmarschieren, jubeln, uns schreien, Hurra. Übrigens, Piraten griffen immer Achters an, nicht längsseitig. Sie waren nämlich schlecht ausgestattet und schlecht bewaffnet, aber sie waren Idealisten und wussten sich zu helfen mit dem bisschen, was sie hatten. Und wenn wir weiterhin diese Flanken bieten und breitzeitig angreifen, dann werden sie uns auch wie letztens ziemlich schnell versenken. Das haben wir gesehen. Also anders machen. Ich will uns nicht die Bällabäde und Floschecken wegnehmen. Das will ich nicht. Und das werde ich auch nicht. Und das werdet ihr auch gar nicht zulassen. Vielleicht wäre es aber sinnvoll, wenn wir das mal ein bisschen anders darstellen, gegenüber den Medien und so weiter. Und wir können es mal einfach Entspannungszone nennen. Das haben die anderen Parteien auch. Dadurch verstellen wir uns nicht, sondern wir machen uns nur nicht lächerlich. Bällabäde finde ich toll. Ich lag auch schon mal in eins mehrmals. Floschen mag ich auch. Aber vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen so an unserer Erscheinung arbeiten. Also Wahrheit liegt ja in den Augen des Betrachters. Beauty lies in the eyes of its beholder. Und Perception is reality. Also Wahrnehmung, das ist Realität. Und wenn wir falsch wahrgenommen werden, nützt es uns nichts, dass wir hier rummaulen und sagen, wir sind nicht so. Sondern da müssen wir uns arbeiten und so uns ins rechte Licht rücken. Die Diskussion darum, was wir eigentlich so sind, ob wir links oder rechts sind, ist auch unschön. Also auf meinen Infoständen und so weiter werde ich immer noch gefragt, seid ihr denn links oder rechts? Dann sage ich immer, nee, wir sind alles Mögliche, aber vor allem modern und nach vorne. Inzwischen, damit wir unsere Konturen schärfen, denke ich, sollten wir doch den Wählern eine Antwort geben darauf. Und ich denke, wir sind alle liberal, also freiheitlich denkend. Der Unterschied und die Differenzierung gegenüber den Altliberalen ist der, dass wir Liberale sind für alle. Und da gibt es keine andere Partei in Deutschland, die sich als Liberale für alle schimpfen lassen können. Daher wäre ich nicht für Ordoliberal, sondern vielleicht realidealistische neue Liberale. So etwas in der Art könnte ich gut mitleben und ich hoffe, ihr auch. Also die liberale Partei für alle. So, ich will jetzt mal zum Schluss kommen. Was kann ich denn jetzt nun als Mitglied des Landesvorstandes persönlich tun? Ich maße mich nicht an, irgendwelche Silver Bullets zu haben. Ich muss mal das hier ein bisschen anders, meine Augen. Ich bin ja alt und dann ist es immer mit den Augen so. Ich will euch ja sehen, aber jetzt nehme ich mal die Brille ab, dann kann ich besser lesen. Ich weiß nur, dass wir vieles anders machen müssen. Also klar machen zum Ändern, könnten wir uns auch mal auf die Fahne schreiben, wenn wir das verlangen von unseren Wählerinnen und Wählern. Aber klar machen zum Andersmachen, das wäre ja wohl das Mindeste, was ich erwarten würde und was ich auch mitmachen würde. Und ich bin auch kein Controller oder General oder so etwas, sondern würde mich eher als Coach oder Lotse verstehen. Oder auch wie Lehrer Lämpel vielleicht manchmal, oberlehrerhaft, mal Halt zu rufen oder Stopp zu rufen, wenn unüberlegter Aktionismus zutage tritt. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Auch wieder mal was vom Busch. Und wie gesagt, altmodisches Lehrerhaftigkeit werde ich nicht mit der Rute rumhantieren oder so etwas, sondern möglichst mal modern, pädagogisch, mal mahnend den Finger heben und sagen, denken und nochmal denken und drittes nochmal denken und dann tun. Zu einem konkreten Vorhaben möchte ich sagen, ich liebe Niedersachsen, ich bin zwar hier nicht geboren, aber ich mag es so gerne und ich stelle immer noch mit Schrecken fest, dass es noch keine Inselpiraten auf den niedersächsischen Inseln gibt, also etabliert mit Verband und so weiter. Friesenpiraten gibt es, aber noch nicht so ein Verband und dafür würde ich mich persönlich gerne einsetzen und würde da auch hinfahren und versuchen dort mal was in Gang zu bringen, zumal es da im Sommer ja auch sehr schön ist. Und vielleicht helfen mir die Küstenpiraten dabei. Übrigens gibt es Inselpiraten in Berlin, ich weiß nicht, wo die da außen, auf der Spree, irgendwie so eine Scholle, ich weiß es nicht. Zum Abschluss möchte ich aber eine kleine Anekdote über Lemminge erzählen, also in Schweden gibt es nicht nur, ich komme ja aus Schweden ursprünglich, gibt es nicht nur Piraten, sondern auch Lemminge. Und auf einer Wanderung gingen zwei Lemminge nebeneinander her und einer fragte seinen Nachbarn, wohin geht unser Weg eigentlich? Das weiß ich nicht. Doch die da vorne werden es schon wissen, war die Antwort. Nach einer ganzen Weile fragte der Neugierige wieder, und wer sind die da vorne? Das weiß ich nicht. Doch sie werden uns das schon richtig führen. Denn sie gehen ja vorne und haben einen wesentlich besseren Überblick. Sie wissen schon, was sie tun. Viele Kilometer gingen sie schweigend nebeneinander. Doch dann kam erneut eine Frage. Was ist aber, wenn sie uns nun doch falsch führen und wir alle verderben? Was hast du eigentlich? Wenn viele tausend Lemminge denselben Weg gehen, kann es nicht verkehrt sein. Und der Weg ist schon so schön breit und bequem. Du wirst schon sehen, dass wir bald neue Futterplätze und das... Sorry. Das vollkommene Glück finden. Und überall herrschten dann Frieden. Sei jetzt endlich still und geh weiter. Doch schon bald... Doch schon bald kamen sie ans Meer und die ersten Lemminge stürzten die Felsen hinab und zerschmetterten unten. Siehste, ich habe ja gleich so etwas Schreckliches befürchtet. Wer kann uns jetzt noch retten? Was willst du eigentlich? Sieh, wir können jetzt sogar schon fliegen. Ist das nicht ein großer Fortschritt? Und er stürzte sich begeistert in den Abgrund. Schwarmintelligenz ist nämlich kein Herdentrieb. Ich bin stolz darauf, Pirat zu sein und bitte euch um eure Stimme. Ah ja, vielen Dank. Ich bin kein Freimaurer, ich bin Freidenker. So, wir haben jetzt drei Kandidaten. Und jetzt wäre die Zeit für diejenigen, die sich so etwas noch vorstellen könnten. Weil sie sich alle viel besser finden oder jetzt schon eine Alternative finden oder hübscher aussehen als die drei Kandidaten, die dort stehen. Noch sich zu melden und vorzustellen. Dafür habt ihr jetzt genau noch zehn Sekunden Zeit. Und dann schließe ich nämlich die Kandidatenliste. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Schluss. Die Kandidatenliste ist geschlossen. Und jetzt könnt ihr Fragen stellen an die Kandidaten. Ja, ich fange an, an alle drei. Ganz kurze Frage. Ich warte kurz. Ich würde dann darum bitten, dass die Kandidaten nochmal die Bühne betreten und dann das Mikrofon am Pult benutzen, um Antworten zu geben. Wäre ja auch schlecht, wenn die sonst niemand versteht. Danke. Danke auch. Also, bleibt ihr uns für zwölf Monate erhalten? Und bevor ihr jetzt ja, nein sagt, könnte die Studium- oder Lebenssituation irgendwie das Amt innerhalb der zwölf Monate gefährden? B. Wie hoch ist eure Frustrationstoleranz, dass ihr irgendwie nach drei oder sieben Monaten zurücktretet? B. Kannst du den letzten Halbsatz nochmal sagen? Den habe ich akustisch nicht verstanden. B. Wie hoch ist eure Frustrationstoleranz, dass ihr irgendwann mal die Schnauze voll habt und nach sieben Monaten zurücktretet? B. Ja, ich fange dann erstmal nochmal an. Also grundsätzlich, ich habe, glaube ich, ein bisschen gelernt, wie viel Zeit man ungefähr in Piratenarbeit stecken kann. Und habe mir auch sehr viel Gedanken gemacht, wie viel Arbeit ich in Zukunft in Piratenarbeit stecken möchte. B. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es bei mir auch mit dem Studium klappen wird. B. Und auf der anderen Seite sehe ich es auch so, dass auch Vorstandsämter nicht nur von nicht erwerbstätigen Personen besetzt werden können. B. So funktioniert es auch nicht von der Zeit her. B. Also Studium würde jetzt nicht deine Mitgliedschaft im LV beenden? B. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin auch seit 2009 aktives Mitglied. B. Insofern, das ist dann der zweite Teil zur Frustrations, Frustrations, ich habe das Wort vergessen. B. Toleranz. B. Frustrationstoleranz, danke schön. B. Die ist auch sehr hoch. Ich habe auch die Zeiten sehr gut gekannt, wo es 2% gab, die normal waren. B. Und es überhaupt kein Vorbild wie Berlin gab. B. Und auch intern, ja, ich habe auch schon ein paar Parteitage mitbekommen. B. So welche wie der gestern und heute. B. Das heißt, auch da würde ich, glaube ich, kann ich verhältnismäßig gut mit umgehen. B. Sodass ich auch nicht nach drei Monaten, wenn mich alles ankotzt, einfach sage, hier, ich gehe jetzt. B. Ich stelle den GO-Antrag auf Ende der Rednerliste. B. An die anderen beiden ging die Frage eben so. B. Danke. B. Der GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste wurde gestellt. B. Gibt es da Gegenrede? B. Okay, dann schimmert es ab. B. Wer ist dafür? B. Jetzt gerade nicht. B. Wer ist dagegen? B. Die Rednerliste wird geschlossen. B. Weiteren Rednern wird jetzt die Gelegenheit gegeben, sich hinten anzustellen. B. Die Rednerliste wird jetzt die Gelegenheit gegeben, sich hinten anzustellen. B. Die Rednerliste wird jetzt die Gelegenheit gegeben. B. Ja, okay. B. Das Sekretariat ist auf der Rednerliste. B. Der muss nur erst noch Stimmzettel fertig drücken. B. Das haben wir zur Kenntnis genommen. B. Vielen Dank für den Hinweis. B. Der nächste Redner, bitte. B. Zwei Antworten fehlen noch. B. Das ging jetzt darum, bezüglich Ausstieg vor den zwölf Monaten, Kevin. B. Das habe ich jetzt richtig verstanden. B. Nein, zwölf Monate auf jeden Fall. B. Das gibt es nicht von zu Ende. B. Also wenn man älter wird, dann steigt diese Toleranzlevel. B. Ich würde sagen, von einer Skala 0, geringe Frustrationstoleranz bis 10, total abgehärtet, würde ich mich wohl so bei 7 bis 8 einstufen. B. Was man so mit der Zeit lernt, ist, dass man Dinge, sich nicht ärgern sollte über Dinge, die man nicht ändern kann. B. Da muss man einfach Gelassenheit üben und drüber schlafen und viele Dinge erledigen sich von alleine. B. Es gibt natürlich auch Dinge, die man ändern kann und das sollte man auch anpacken. B. Schwierig ist es natürlich, das zu priorisieren und das eine von dem anderen zu unterscheiden. B. Aber ich denke, das kann ich inzwischen ganz gut. B. Außerdem gibt es viele Piraten, die ich fragen kann. B. Ja, ich hätte zwei Fragen und zwar eine direkte Frage an Till. B. Du sagtest eben, dass das Studium dein Vorstandsamt nicht gefährden würde, weil du glaubst, dass das gut nebeneinander hergeht. B. Da würde mich interessieren, kannst du das konkretisieren? B. Hast du konkrete Studienabsichten in bestimmten Bereichen, auch was den Studienort anbelangt? B. Und wenn zum Beispiel das München wäre oder so, glaubst du, kann man das auch miteinander verbinden? B. Dann die Frage, oder kannst du auch erst darauf antworten, dann würde ich die zweite Frage stellen. B. Ja, also grundsätzlich, ich glaube, ein ganz normales Vollzeitstudium in München ist dann schon ziemlich schwierig, das miteinander zu verbinden. B. Ich werde aktueller Planung nach in Niedersachsen studieren, jetzt wo ich weiß, dass wir hoffentlich bald keine Studiengebühren mehr haben werden. B. Insofern werde ich irgendwann zumindest, insofern werde ich auf jeden Fall nicht in ein anderes Bundesland ziehen komplett und werde da auf jeden Fall örtlich erhalten bleiben. B. Und dementsprechend werde ich auch nicht den Großteil meiner Zeit mit hin und her fahren durch ganz Deutschland verbrauchen, sondern für Piratenarbeit verwenden können. B. Danke. Und dann die Frage an alle. Würdet ihr bitte kurz und knackig in ein paar Worten sagen, welche eurer Eigenschaften euch für den 2V qualifizieren? B. Du möchtest eine kurze, knackige Antwort haben und die heißt bei mir klare Worte, klare Bilder. B. Wir brauchen nichts Schönreden und Flausch ist immer schön, aber wenn es dann auch mal daneben geht, dann muss man demjenigen auch mal sagen, dass es der falsche Weg ist. B. Und dann muss man die richtigen Worte wählen und dann den richtigen Weg wieder einschlagen. B. Applaus B. Ja, ich stimme Carsten zu, so war ich auch, als ich 44 war. B. Das ist übrigens auch sein Stil, der ist auch sehr gut, den brauchen wir auch in Hannover, besonders in Hannover. B. Also meine Stärken ist sicherlich meine Lebenserfahrung und ich habe es verstanden, in auch sehr, sehr, auch inzwischen global wirkende Teams zu arbeiten und da auch mal Fünfe gerade sein lassen, aber auch klare Worte zu reden, wenn es notwendig ist. B. Es gibt nicht zwei Dinge, die man können muss, um in eine Position sein, wo man unter Beobachtung steht, sondern da muss man schon auf eine ganze Oktave spielen können, also acht Oktaven oder sowas. B. Also da muss man immer, abhängig von der Situation, also situativ agieren und reagieren. B. Da ist mal Nettigkeit gefragt und mal klare Worte. B. Bei dem einen, der fängt an zu weinen, wenn man klar ist und der andere, der wird nur noch frecher. B. Also muss man sich anpassen. B. Ich versuche es ähnlich kurz wie Carsten zu halten. B. Suboptimale Organisationen erkennen, versuchen sie zu verbessern und Fehler bzw. suboptimale Organisationen eingestehen, sowohl als Partei, das heißt zum Beispiel bei Wahlen, als auch persönlich für mich. B. Ja, wir haben nun gestern mit Kevin einen ersten Vorsitzenden gewählt, der sich für eine Back-to-the-Woods-Strategie ausgesprochen hat. B. Stefan hat ungefähr das Gleiche vorhin gesagt, dass er diesem Weg zustimmt. B. Ich hätte jetzt gerne gewusst, wie das bei Till und bei Carsten aussieht. B. Denn ich bin der Meinung, dass ein Back-to-the-Woods uns nicht weiterbringen kann, dass es ein Schlag ins Genick aller arbeitenden Themen-AGs ist. B. Und dass wir zumindest die Sachen, die wir bisher erarbeitet haben, noch weiter ausbauen müssen. B. Wir brauchen nicht neue Schlachtfelder, aber weiter ausbauen auf jeden Fall. B. Also ich kenne jetzt die Definition von Kevin nicht genau, was er mit Back-to-the-Woods meint. B. Ein Umkehren wird es in meinen Augen mit mir nicht geben, weil dafür sind wir schon viel zu weit gegangen und haben viel zu viel Arbeit investiert. B. Wir müssen diese Arbeit jetzt aber entsprechend ausbauen. B. Sie muss vernünftig kommuniziert werden. B. Sie muss weitergeführt werden. B. Also ein Zurück auf keinen Fall. B. Aber ich denke mal, das wird Kevin auch nicht gemeint haben damit. B. Das ist eine Frage, die zumindest mein Bild einer Vorstandsarbeit absolut nicht beeinflusst. Wenn eine Antwort auf diese Frage einen Vorstandskandidaten qualifizieren würde oder nicht, dann wären wir meines Erachtens etabliert, weil dann würden die Einzelmeinungen über inhaltliche Punkte von Piraten dafür relevant sein, wie die Partei sich ausrichtet. Und das ist nicht mein Stil, deswegen werde ich darauf nicht antworten. B. Persönlich können wir da gerne drüber reden, aber ich glaube, dass das nichts mit einer organisatorischen Vorstandsarbeit zu tun hat. B. Wenn du das anders siehst, dann kannst du auch gerne nochmal was dazu sagen. B. Ich möchte gerne wissen, warum ihr euch nicht getraut habt, als 1V zu kandidieren. B. Mensch Kenny, warum habe ich dich denn nicht bei den letzten Vorstandswahlen in Hannover gesehen? B. Ich mag dich ja ganz gerne, aber die Frage ist relativ blöd, muss ich gestehen, weil das hat mit Trauen nichts zu tun. B. Man konzentriert sich auf eine Aufgabe, die man übernehmen möchte und die Aufgaben des 1V sind unterschiedlich zu betrachten zu dem des 2V. B. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, als 2V zu kandidieren. Das hat aber nichts mit Trauen zu tun. B. Also meine Absicht ist es schon mindestens 1V zu werden, aber ich mache einen Schritt nach dem, oder den ersten Schritt vor dem zweiten. B. Es werden vielleicht welche... B. Reicht als Antwort. B. Reicht? B. Das Trauen ist die eine Sache. Ich glaube, die Arbeit, die im Moment noch von einem 1V erwartet wird, so wie es in der Vergangenheit gemacht wurde, auch wenn ich sie persönlich anders definieren würde. Aber ich glaube, die kann ich nicht so gut ausfüllen. Im Moment ist nämlich in der Stellenbeschreibung auch noch sehr explizit, öffentlich auch Positionen zu vertreten. Und das möchte ich nicht und ich könnte mich nicht stark genug dagegen wehren, Positionen irgendwie dann nach außen zu kommunizieren. Deswegen traue ich mir an dieser Stelle nach aktueller Definition des 1V das nicht zu. Bevor du redest, ich übergebe mal kurz an die Tina. Ich habe ja, wie ihr gemerkt habt, eben größtenteils laufen gelassen, weil alles so schön ordentlich vonstatten ging. Fahrt einfach damit fort, da hat die Tina nicht so viel einzugreifen. Ich bin gleich wieder da. Frage an Till. Ich habe eben das Ticket im Rettmein aus dem August gesucht, indem ich angeboten hatte, den Skriptverhau in der Mitgliederverwaltung mit zu ordnen. Ich habe mir nochmal die Historie angeschaut von dem Ticket. Das ging im Sommer und im Herbst bis in den beginnenden Wahlkampf hinein zwischen dir, mir und Jason. so ein bisschen hin und her. Und ein ganz wesentlicher Punkt war, meine Pgp-Key auf den Server zu legen, damit ich mich dort umschauen kann. Bist du, hast du irgendwie aus diesen Erfahrungen gelernt, dass du selber jetzt besser in der Lage bist, Piraten, die helfen wollen, in die Parteiarbeit einzubinden? Ich glaube, ich habe nicht davon gelernt, sie besser einzubinden. Ich habe viel, viel eher gelernt, dass ich mich nicht übernehme, weil das habe ich an dem Punkt schon gemacht. Dort hatte ich schon zu viele Sachen zu tun, sodass ich es nicht mehr geschafft habe. Ich erinnere mich daran an die Zeit. Wir haben da auch nochmal telefoniert, kann ich mich auch daran erinnern. Und da hatte ich schon zu viel zu tun, um noch vernünftig delegieren zu können. Klar, das ist eine kurze Aufgabe und ich habe es einfach immer wieder vergessen, weil mein Kopf schon voll mit Wahlkampf war. Das heißt, da habe ich einen Fehler gemacht, hatte ich vorhin ja auch gesagt, dass ich diesen Fehler gemacht habe, den ich so nicht wieder machen werde, weil ich mir nicht wieder so viele Aufgaben, die ich übernehme, aufhalten werde, sondern eher sehen werde, okay, das ist jetzt zu viel. Und ich mache dann eben nicht die Detailarbeit, sondern schaue nach, dass es funktioniert. Und ich glaube, dass das einbinden wollen, das ist keine Frage, aber ich kann mich daran erinnern. Ich habe auch eine Frage an Till. Du hast gesagt, du hast jetzt mittlerweile gelernt, dich besser zu organisieren. Das ging ja dann sehr schnell innerhalb von vier Wochen nach der ganzen Wahlparty. Orga, ich persönlich hatte den Eindruck, dass du dir sehr viel zugemutet hast, das hast du ja auch schon erkannt. Für mich fehlt jetzt hier irgendwie mal eine Aussage, was du denn glaubst, wie du dich jetzt besser organisierst. Weil ich habe den Eindruck, dass du sehr viel selber machst und nichts delegieren kannst. Ja, ähnliche Frage wie eben. Es ist ganz einfach. Ich habe so einfache Sachen eigentlich wie Selbstmanagement etwas gelernt. Das heißt, ich benutze meinen Terminplan erheblich genauer, trage mir sehr viel mehr Termine ein. Das ist so ein ganz winziger Schritt, was eigentlich nur eine Toolsache ist. Und da fängt es schon an. Und ich habe, das würde ich nicht sagen, dass ich das in vier Wochen gemacht habe, sondern das habe ich schon so Mitte Dezember sehr, sehr krass gemerkt, weil es mir da auch persönlich mit den Aufgaben nicht mehr wirklich gut ging. Dass ich ab da eigentlich angefangen habe, zu versuchen, nicht mehr in diese Detailaufgaben reinzugehen. Bei der Wahlparty war es nochmal eine komplett andere Sache. Da war es, das war für mich schon nach Wahlkampf. Und die habe ich auch mit anderen Leuten zusammen organisiert, glaube ich zumindest. Also es hat nicht in vier Wochen nach der Wahlparty angefangen, sondern es hat schon erheblich früher angefangen. Und hauptsächlich sind so kleinere Sachen wie zum Beispiel Terminkalender besser verwenden der erste Schritt dazu gewesen, dass ich, glaube ich, jetzt etwas besser dastehe. Moin Carsten. Deine Worte zum Thema Trollerei, Verwässerung der Organisation und Zusammenarbeit auch zwischen den einzelnen Kreisverbänden in Niedersachsen. Vielen Dank. Vernetzung und Gespräche zwischen den einzelnen Untergliederungen sind, glaube ich, das Wesentliche, was wir machen müssen. Wir reden zu wenig miteinander über die Grenzen hinaus. Was den Punkt Trollerei betrifft, ich habe das vorhin schon gesagt, klare Worte, klare Bilder. In Hannover habe ich gesagt, ich differenziere ganz klar zwischen Kritikern, die mit Argumenten kommen und auch andere Argumente gelten lassen. Genauso wie meine Seite. Also die Argumente, die gewichtiger sind, müssen überwiegen und gewinnen. Und dann gibt es den anderen Part, den ich als Störer bezeichne, die uns an unserer konstruktiven Arbeit hindern und immer wieder aufhalten. Und das ist eine Geschichte, wo ich wieder zu dem Punkt komme, klare Worte, klare Bilder. Das will auch ganz klar bestimmten Leuten einfach mal sagen, du gehörst nicht zu uns, du darfst gerne gehen. Erstmal danke, dass ihr alle kandidiert, ihr drei. Carsten, ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar hat Till ja rückblickend auf letztes Jahr gesagt, was er verbessern möchte, wo er sich übernommen hat. Gibt es bei dir vielleicht auch eine Sache vom letzten Jahr, weil du ja sehr viel in der Presse mitgearbeitet hast und jetzt auch Vorsitzender im Kreisverband Hannover bist, die du besser machen würdest, jetzt rückblickend? Rückblickend ist immer schwierig. Das ist ja dann so eine Form Selbstkritik, die jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen würde, weil ich habe mit Sicherheit im letzten Jahr viele, viele Fehler gemacht, wo die ganze Geschichte ja davon lebte, dass ich das alles nicht alleine gemacht habe. Nicht die Fehler, sondern die Arbeit. Wesentlich verbessern sollten wir auf jeden Fall unsere Außendarstellung. Unsere Außendarstellung, ich habe das vorhin gesagt, wie wir es uns gestern wieder geleistet haben, was völlig in die Hose gegangen ist. Und solche Geschichten dürfen wir uns einfach nicht mehr erlauben. Daran ist zu arbeiten. Aufbau der einzelnen Strukturen unterhalb des Vorstandes, das Sekretariat, dass die Arbeit richtig gegliedert wird, dass wir Workflows haben, die funktionieren. Mitgliederverwaltung, ein ganz großes Thema. Einbindung der Neupiraten, das heißt, wenn ich sage, ich möchte Pirat werden, dass ich aufgenommen werde, dass ich Informationen erhalte, dass ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Also das können wir jetzt um ein etliches fortführen. Da ist so viel zu tun, da sind so viele Baustellen, aber vorrangig natürlich die Struktur und Mitgliederverwaltung. Ja, meine Frage zieht so ein bisschen darauf ab. Wir haben mit Kevin gestern einen ersten Vorsitzenden gewählt und auch wenn es jetzt komisch klingt, ich möchte mit dieser Frage sozusagen eure Kompatibilität zu Kevin erfragen. Und zwar hat Kevin auf dem letzten Stammtisch bei unserem innoffiziellen Kandidatengrillen auf die Frage hin, ob denn er als 1V den Bau eines Todessterns irgendwie unterstützen würde, geantwortet, nur wenn es durch Crowdfunding finanziert wird. Nun stellt euch vor, der Landesverband hat wenig finanzielle Mittel und die Landesgeschäftsstelle steht auf dem Spiel. Es gibt zwei Crowdfunding-Initiativen, eine für den Todesstern, eine für die Landesgeschäftsstellenerhaltung. Der Todesstern kommt durch, die Landesgeschäftsstelle nicht, würdet ihr die Landesgeschäftsstelle in den Todesstern verlegen. Christian, ich fange mal an, weil das Mikro noch in der Höhe ist. GTFO, echt? Ich fürchte, wir würden Sie verlegen, ja. Tut mir leid, ich kann mit dem Bild leider nicht ganz so viel anfangen. An diesem Punkt muss ich wohl zugeben, dass ich da vielleicht, was diese Bilder angeht, mit Kevin nicht ganz kompatibel wäre in der Arbeit. Ich würde ihn dann, glaube ich, darum bitten, dass er das Ganze nochmal anders ausdrückt und vielleicht etwas weniger metaphorisch oder so. Danke. Ich stimme Till zu. Ich bin eher für konkrete, greifbare Sachen. Ich möchte nicht so in dem Film leben, sondern reale Geschäftsstellen haben und nicht nur eine Landesgeschäftsstelle. Ich möchte gerne, dass die Piraten überall dabei sind und vertreten sind. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ihr sollt mich auch nicht die ganze Zeit voll twittern. Die Rednerliste ist abgearbeitet. Die Kandidaten frage ich mal, Halt hier geblieben. Hattet ihr jeweils genügend Zeit, euch vorzustellen? Ja, könnt ihr ruhig für die Versammlung sein. Ich hatte mehr als genug Zeit, mich vorzustellen. Es gab nämlich keinerlei Begrenzung. Ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank. Ich bin ja nur vom Publikum unterbrochen worden. Nein, nein. Alles klar. Okay. Gut, für das Protokoll. Alle drei haben bejaht. Dankeschön. Dann kann ich jetzt den Wahlleiter für die restliche Prozedur übergeben. Beziehungsweise an den Wahlleiter übergeben für die restliche Prozedur. Gut, das hätten wir jetzt geschafft. Ich bräuchte jetzt noch mal eine Meldung, wo denn die ganzen Wahlhelfer sind von gestern. Gut, es mögen sich jetzt mal bitte drei nach vorne begeben und sich jeweils eine Urne schnappen. Diese dann anschließend öffnen. Und der Versammlung beweisen, dass die Urnen leer sind. Hoffentlich. Sind alle sicher, dass diese Urnen leer sind? Dass sich dort nichts drin befindet, was sich nicht drin befinden sollte? Okay. Da sollte sich Luft drin befinden. Ein Vakuum ist es nicht. Okay. Die Urnen dürft ihr wieder schließen und euch nach hinten in den Wahlraum begeben. Dann darf sich auch der Jan nach hinten in den Wahlraum begeben, weil der hat nämlich die Stimmzettel. Falls jemand dem Jan sagen könnte, dass er sich nach hinten begeben sollte. Er hat Kopfhörer auf und hört mich gerade nicht. Wunderbar. Ja, da liegt noch eins mindestens. Und die restlichen Wahlhelfer begeben sich auch mal nach hinten. Kann mal jemand gucken und mir Bescheid geben, ob im Wahlbüro alles in Ordnung ist? Stopp, 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 stopp. Ist im Wahlbüro alles in Ordnung? Hallo, Wahlhelferinnen. Ja, okay. Dann eröffne ich hiermit mal den Wahlgang und alle können nach hinten gehen. Achso, das Wahlverfahren muss sich nicht nochmal erklären, oder? Ja, das ist klar. Ist allen das Wahlverfahren klar? Bitte die Karte heben. Umgekehrt fragen, Mensch. Ja, okay. Ist jemandem das Wahlverfahren nicht klar? Die Karte bitte heben. Okay, wunderbar. Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Ja. Wieso ihm. Das könnte eine? eine Sie gewesen sein. Und... Sag doch einfach eine Uhrzeit und such dir die Schatzmeister. 13 Uhr, da vorne, wo der Mainat rumläuft. 13 Uhr, da vorne, wo der Mainat rumläuft. Die Piraten aus Hannover mögen mal bitte hier kurz zuhören. Da gibt es gleich eine Ansage für euch. Hallo, moin allerseits. Seit Bochum habe ich noch gut über 100 Mitgliedsausweise für Hannoveraner Piraten, die vor Bochum schon Mitglied waren. Bei mir in der Tasche und die würde ich gerne so nach und nach loswerden. Sollten also derartige Piraten heute hier anwesend sein, man findet mich hier in der zweiten Reihe, ziemlich weit vorne, kurz hinter Arne, also gar nicht zu übersehen. Danke. 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 Ich hätte ganz gern mal eine Ansage aus dem Wahllokal. Ich weiß nicht, ob der letzte Stimmzettel bereits eingenommen wurde. Mike? Ich soll von Nutella Berliner ausrichten, dass ihr jetzt Pausenprogramm machen dürft. Schönen Dank auch. Das wollte ich wissen. Katha, greif dein Zeug, hüpfe auf die Bühne, du bist dran. Okay, Änderung des Programms. Du machst zuerst, weil du stehst hier schon. Katha ist nach dir dran. Alle mal herhören. Da steht ein Redner am Punkt. Moin. Bitte seid ihm gegenüber aufmerksam. Dankeschön. Für die, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Justus Römet, bin Beauftragter für Internationales für euch, also für Niedersachsen, was in der Praxis heißt, dass ich mehr oder weniger E-Mails als Ansprechpartner für internationale Themen da bin und auch manchmal E-Mails schreibe, was so passiert. In letzter Zeit ein bisschen weniger häufig. Ende letzten Jahres eigentlich ganz regelmäßig. Ich wollte euch nur noch mal ganz kurz mich vorstellen und kurz sagen, was international zurzeit passiert. Wir haben heute in Paris ein PPEU-Treffen, wo die Gründung einer europäischen Piratenpartei weiter vorangetrieben wird, die in erster Linie eine Arbeit potenziell im Europäischen Parlament weiterführen soll und in zweiter Linie von der EU Fördergelder abgreifen könnte, die sie dann für Piratenparteiprojekte zur Verfügung stellen kann. Programmatisch soll die noch nicht so weit arbeiten. Deswegen ist die Basis, was die PPEU angeht, zurzeit noch nicht so richtig gefragt. Das wird aber auf einem Bundesparteitag sicher noch mal näher erläutert und dann auch endgültig entschieden, ob wir da Mitglied werden oder nicht. Des Weiteren gab es auf dem Workshop, den ich zum Wahlkampf gemacht habe in Hannover, die Idee, dass man Partnerschaften von Stammtischen oder Kreisverbänden machen könnte, die über Nationalgrenzen hinweg gehen. Das gibt es innerhalb Deutschlands schon mit als so ziemlich bekannteste Beispiel, das ist glaube ich zwischen Münster und einer Crew in Berlin, die sich halt beim Wahlkampf gegenseitig unterstützen, aber dann auch zusammen zu anderen Wahlkämpfen fahren. Es gibt die Idee, das auch international aufzugreifen. Anfragen für Hannover oder Ideen für Hannover waren das mit Groningen und Lüttich vielleicht zusammen zu machen. Wenn ihr da für euren, also wenn ihr gerne mal reisen wollt, wenn ihr gerne Leute aus anderen Ländern kennenlernen wollt, sprecht mich doch bitte an und wir gucken mal, ob es dann vielleicht auch einen Partnerverband aus anderen Ländern gäbe, der für euch auch in Frage käme. Grundsätzlich ist es auch unabhängig von solchen Partnerschaften natürlich möglich, zum Wahlkampf ins Ausland zu kommen, beziehungsweise ausländische Piraten für den Wahlkampf hier in Deutschland auch einzuladen. Wir hoffen, dass das mehr passiert, einfach damit die Wissens- und Erfahrungsweitergabe aus Wahlkämpfen auch international stattfindet. Das ist zur Zeit zu wenig der Fall. An Wahlen stehen, ja in erster Linie die deutschen Wahlen an jetzt in absehbarer Zeit. In Österreich gibt es Wahlen, ich glaube zwei Monate, in Kärnten und dann auch im Bund, also im Bund von Österreich, Bundesrepublik Österreich. Und als nächste wirklich große Wahl ist halt 2014 die Europawahl, wo wir auch hoffen, den internationalen Wahlkampf hinzulegen. Wenn ihr da auch Interesse habt, euch darüber zu informieren, wie gesagt, sprecht mich an. Ich bin eigentlich hier ganz gut erreichbar. Ansonsten, ich versuche wieder öfter E-Mails zu schreiben. Das war jetzt gerade eine Umstellung bei mir im Privatleben, deswegen war das, hat es ein bisschen geschliffen. Ja, vielen Dank. Ja, hallo und schönen guten Morgen. Ich wollte nochmal auf den internationalen Aktionstag für deine Privatsphäre hinweisen. Dieser Aktionstag findet statt am 23. Februar. Und mir wäre es persönlich ganz wichtig, wenn wir auch in Niedersachsen viele Stammtische oder viele Kreisverbände haben, die sich an diesem Aktionstag beteiligen. Warum ist das so? Der Aktionstag setzt sich als Ziel, darauf aufmerksam zu machen, dass im Bereich Datenschutz und innere Sicherheit zunehmend Grundrechte abgebaut werden. Und das ist ein Thema, was mitunter zur Gründung der Piratenpartei Deutschland beigetragen hat oder auch zur internationalen Piratenbewegung. Und es wäre mir extrem wichtig, wenn wir hierzu präsent sind, auch auf der Straße, und dadurch punkten, dass wir mit kreativen Aktionen darauf aufmerksam machen, dass das ein Problem ist und dass wir uns diesen Problem annehmen, und zwar in einer Konsequenz, die ich bei anderen Parteien vermisse. Dass wir zeigen, dass wir nicht bereit sind, faule Kompromisse einzugehen im Bereich Grundrechte, Freiheitsrechte, weil das das Fundament ist, auf dem wir diese Partei aufgebaut haben. Es gibt für die Koordination dieses Aktionstages ein Wiki, das ist das Protest-Wiki, das findet man unter www.protestwiki.de. Diese Plattform ist überparteilich, das heißt, da können sich Piraten eintragen, aber auch Mitglieder aller anderen Parteien oder unparteilichen Initiativen, breite Bündnisse, und das ist auch explizit gewünscht, eine Zusammenarbeit mit anderen Gruppen anzustreben, um halt wirklich vor Ort schöne Aktionen voranzubringen. Ich habe mal reingeschaut und aus Niedersachsen habe ich vier Städte gefunden, und zwar Braunschweig, Delmhorst, Hannover und Osnabrück. Das heißt, wenn ihr Lust habt, am Samstag, den 23. was zu unternehmen, meldet euch einfach bei den Ansprechpartnern, die dort im Wiki eingetragen sind, und wenn ihr dort eure Stadt noch nicht findet, dann sprecht das Thema bitte beim nächsten Stammtisch an, überlegt euch, ob ihr eine Aktion machen wollt, das muss nicht unbedingt eine Demonstration sein, denn der Aktionstag ist explizit darauf ausgelegt, dass wir kreative Aktionen machen, dass wir Aktionen machen, die möglichst bunt sind und möglichst originell, und dafür braucht man im Zweifelsfall nicht viele Leute, da reichen schon zwei, drei Leute, die ein bisschen Mut haben und schöne Ideen. Und wenn einem selbst die Kreativität fehlt, auch dafür ist gesorgt, im Wiki ist eine Abteilung Kreatives, und da kann man sich auch abschauen, was andere Aktionen oder andere Gruppen schon gemacht haben, und das einfach kopieren. In Osnabrück wollen wir eine Aktion machen zum Thema Videoüberwachung, wir haben uns große menschliche Kameras gebastelt, die man sich über den Kopf stülpen kann, das kann man mit ganz wenig Geld machen, und das ist eigentlich auch eine schöne Sache, mal zusammen was Kreatives zu reißen, und ich glaube, das ist auch schön, Leuten mal kreativ zu verdeutlichen, was Überwachung im Alltag eigentlich bedeutet. Und das kann man in vielerlei Hinsicht, es gibt ein anderes Projekt, eine andere Idee, die kommt aus Kassel, die wurde beim Europäischen Aktionstag zum Thema Datenschutz im letzten Monat durchgeführt, die ist auch sehr schön, das ist ein Straßentheater, dafür braucht man zwei, drei Leute und ein bisschen Mut, und das ist einfach etwas, das die Leute vielleicht vor Ort sehen, stehen bleiben und sich dafür interessieren. Und wenn man die Leute erstmal dazu bekommen hat, dass sie sich interessieren, dann fangen sie vielleicht an Fragen zu stellen, und dann können wir ihnen auch Antworten bieten. Insgesamt haben sich in Deutschland bereits 33 Städte eingetragen, das heißt, der Stein ist ins Rollen gebracht worden, wie gesagt, Kine betreut dieses Wiki, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Organisation, könnt ihr euch gerne an Kine wenden, oder auch an mich. Und ja, bitte tragt euch ein, es ist ein Wiki, das baut darauf auf, dass Leute mitmachen, dass Leute sich selber einbringen, oder wenn ihr vielleicht auch nicht die Zeit habt am 23., und wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute helfen, ja, Vorlagen zu schreiben, oder Texte zu verfassen, oder vielleicht einen Flyer zu entwerfen, es gibt schon Banner, Flyer gibt es auch schon, aber davon kann man ja nie genug haben. Und ja, mir wäre es halt sehr wichtig, dass wir jetzt anfangen, endlich mal mit Themen zu punkten, statt mit Debatten. Und ich glaube, wir haben gerade in dem Bereich Datenschutz und innere Sicherheit einfach ein Programm, das so breit aufgestellt ist, dass damit eigentlich schon fast alles, wo ziemlich viel abgedeckt ist, beziehungsweise wir können da vom Grundsatzprogramm einfach sehr viel ableiten. Und wir haben da eine ganz klare Aussage, und diese klare Aussage müssen wir einfach auch mal konsequent nach außen vertreten. Vor allem müssen wir auch anfangen, die Parteien da zu erwischen, wo es weh tut. Ich fand diese Anmerkungen von einem der Kandidaten bei der Vorstellung eben ganz treffend, dass wir das Piraten eigentlich ja nicht mit der breiten Flanke attackieren, sondern andere Parteien da erwischen sollten, wo es weh tut. Und gerade im Bereich Grundrechte und Datenschutz tut es den anderen Parteien weh. Wir haben gesehen, dass die FDP einfach im Bereich innere Sicherheit sich auf sehr viele faule Kompromisse eingelassen hat. Die Grünen haben in Baden-Württemberg beispielsweise einen Koalitionsvertrag unterschrieben, wo drin steht, dass sie sich für eine verfassungskonforme Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung einsetzen. Die haben für eine Wiedereinführung des großen Lauschangriffs mitgestimmt. Und das sind einfach Dinge, die muss man den Leuten mal klar machen. Wenn sich andere Parteien anfangen, das Label Grundrechte und Freiheitsrechte draufzupappen, dann muss man auch hinterfragen, ob das nicht ein falsches Label ist, ob das nicht eine Mogelpackung ist. Ich bin der Meinung, das ist eine Mogelpackung bei anderen Parteien. Und wir sind da in der Hinsicht einfach authentisch. Wir haben im Wiki erstmal so ein paar Ideen gesammelt oder ein paar Themen, die als Anstoß dienen können für konkrete Aktionen. Das ist erstmal ganz konkret die Vorratsdatenspeicherung, die in Deutschland nach wie vor nicht vom Tisch ist. Da gibt es momentan eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof von Digital Rights Island, die noch ausgestanden werden muss. Und obwohl die noch nicht ausgestanden ist, werden wieder Debatten laut, dass in Deutschland doch schnell eine Einführung kommen soll. Und da müssen wir uns ganz klar entgegenstellen. Zum anderen ist nach wie vor Indeckt ein Thema. Indeckt ist aus meiner Sicht eher eine Metapher für das allgemeine Problem, dass wir im Bereich innere Sicherheit einfach sehr viel staatliche Forschungsgelder haben, die für Maßnahmen eingesetzt werden, die aus meiner Sicht ganz klar grundrechtswidrig sind. Und da auch die EU daran arbeitet, jetzt ein neues Forschungsrahmenprogramm zu erarbeiten unter dem Namen Horizon 2020, müssen wir einfach dafür sorgen, dass da nicht wieder so eine Scheiße wie Indeckt drinsteht. Und da stehen ganz, ganz viele andere Projekte drin, die mindestens genauso gefährlich sind wie Indeckt. Und es kann nicht sein, dass so etwas auch noch mit Staatsgeldern finanziert wird. Weil da sitzen auch die Vertragspartner mit am Tisch, die anschließend das Ganze an unsere Regierung verkaufen wollen. Und das ist einfach ein Einfallstor in dem Bereich. Auf EU-Ebene haben wir auch noch das Thema Passenger Name Records, also Fluggastdatenspeicherung. Da wurde ein Abkommen mit den USA geschlossen, dass Fluggastdaten von europäischen Reisenden an die USA übermittelt werden. Das ist recht weitgehend. Zum Teil wird auch erfasst, was für ein Menü an Bord bestellt wurde, ganz davon abgesehen von den ganzen persönlichen Daten. Und momentan laufen auf EU-Ebene Diskussionen, ob man diese Daten nicht auch unter europäischen Staaten austauschen kann. Und das läuft momentan so ein bisschen unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit, was ich sehr schade finde. Und das müssen wir einfach verdeutlichen, dass Menschen sich frei bewegen müssen in einem freien Land. Ein weiteres Thema ist mit Sicherheit der Staatstrojaner. Das ist ein Thema, das ist in Deutschland ein Problem, aber auch in anderen Ländern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es in Deutschland mindestens zwei Unternehmen gibt, die ähnliche Software herstellen, Überwachungssoftware herstellen und vermarkten, auch an andere Staaten. Das heißt nicht nur an Demokratien oder Länder, die gerne eine Demokratie wären, sondern auch an ganz klare Diktaturen. Und da müssen wir auch aufzeigen, dass das ein Problem ist. Und wenn ihr noch andere Themen habt, die als Aufhänger dienen können, tragt sie ein. Es ist ein Wiki, das basiert auf Mitmachen. Und ich würde mich sehr freuen, am 23. in der Pressemitteilung von mehr als vier Städten in Niedersachsen berichten zu können, die an dem Aktionstag teilgenommen haben. Ich glaube, das Thema ist vielen Anliegen und wir müssen einfach auf die Straße, um das zu zeigen. Ja, ich mache einfach mal weiter. Und zwar hat jemand gestern im Mephisto vergessen, seinen Pfefferminztee zu bezahlen, seinen Alster und seine Cola Light. Also ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er böswillig die Zeche geprellt hat, aber falls jemand jetzt merkt, oh, ich habe das gestern vergessen oder jemanden kennt, der das getrunken hat und das vergessen hat, der soll sich bitte bei mir melden. Danke. Ja, moin moin, ahoi, liebe Piraten und Piratinnen, liebe Eichhörnchen und Co. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich das jetzt hier mache, aber manche sagten, ich soll das tun. Auch wenn ich nicht vorhabe, mich auf irgendein Amt zu bewerben oder auch nur versuchen möchte, euch davon zu überzeugen, dass irgendetwas für die Piratenpartei retten kann beziehungsweise ihren sicheren Untergang bedeuten wird, möchte ich ein Wort in den Mittelpunkt meiner Rede hier stellen, das ich in letzter Zeit leider viel zu selten gehört habe und von dem ich vor längerer Zeit eigentlich nicht dachte, dass ich es jemals vermissen werde. Das Wort ist Spaßpartei. Ja, danke. Nun werden die Ersten von euch denken, also die, die jetzt nicht geklatscht haben, Spaßpartei, wir müssen professioneller werden, unsere Themen, Köpfe, Werte etc. besser verkaufen, Spaßpartei wäre schön, wenn wir das mal hinter uns gelassen hätten. Aber ich möchte... Warte mal, warte mal. Geh mal ein Stückchen weiter vom Mikro weg, du machst nämlich viele Ploppgeräusche. Versuch's mal so. Ja, Spaßpartei, ja. Ja, genau. Okay. Spaßpartei. Der eine oder andere wird vielleicht das Gefühl haben, sein Thema in der Piratenpartei... Ach Quatsch, nochmal von vorne an. Also, ich möchte euch meine Intention etwas genauer erläutern. Wir sind alle mit einer bestimmten Intention in die Piraten geworden. Der eine will die Welt verbessern, der andere erhalten. Der eine ist vielleicht dabei, weil er das Gefühl hat oder hatte, sein Thema in der Piratenpartei verbranbringen zu können. Oder auch durch die Installation von unserem neuen Betriebssystem, das politische Klima und die Art, wie in unserem Land Politik gestaltet wird, nachhaltig zu verändern. Aber lasst uns zurück zum Spaß kommen, den ich in letzter Zeit doch das eine oder andere Mal vermisst habe. Der Spaß, den ich meine, ist der Spaß, den, wie ich meine, viele von uns angetrieben hat. Oder finden wir einen anderen, meiner Meinung nach, viel besseres Wort. Leidenschaft. Ist nicht die Soße Bolognese die beste, die stundenlang mit dem Ziel, ein geiles Mittagessen zu kochen, mit den besten Zutaten von einer leidenschaftlichen Mama oder von einem leidenschaftlichen Papa geköchelt wurde? Ist nicht das Produkt eines Handwerkers, der sein Herzblut in jedes Stück steckt, dem einer Massenproduktion vorzuziehen? Oder, sagen wir mal, ist nicht der leidenschaftliche Sex der Beste? Ist es nicht die Software, die viele Freiwillige rund um die Welt programmiert haben, die Betriebssysteme und die Art, wie Software heutzutage gedacht wird, revolutioniert hat? Ich frage euch, wie sollen wir die Wähler begeistern, wenn wir selber nicht begeistert auftreten? Lasst uns den Spaß wieder etwas mehr fördern. Heute und morgen haben wir hier viele Kandidaten, die Verantwortung übernehmen möchten für unsere Partei, die zeigen wollen, ja, ich möchte hier die Partei voranbringen. Lasst uns nicht zulassen, dass diese Piraten ihren Spaß an der Mitarbeit verlieren. Lasst uns diesen Leuten unter die Arme greifen und sie unterstützen, sodass sie auch in einem Jahr nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, das Jahr war einfach nur die Hölle, sondern dass sie sagen, ja, ich habe mit vielen tollen Piraten zusammengearbeitet, ich hatte richtig Spaß dabei, die Mitgliederverwaltung zu verbessern, oder was auch immer. Spaß kann für jeden was anderes bedeuten. Ich muss auch selbstkritisch zugeben, dass wir teilweise im Wahlkampf, oder dass ich teilweise im Wahlkampf etwas Frust geschoben habe, wenn man alleine in kalter, kleiner Innenstadt steht, aber, und wenn dann die ersten Hochrechnungen oder Umfragen kamen, aber, wo, die Motivation kommt auch, wenn Helfer aus ganz Deutschland unseren geilen Wahlkampf, und das war er, gerockt haben. Schlussendlich möchte ich ganz zum Schluss noch dem Osterbrücker Stammtisch von letzten Donnerstag danken, oder dem Stammtisch nach dem Stammtisch, der durch leicht humoristische Einlagen gezeigt hat, dass auch 2,1% eine Chance sind und nicht ein niederschnatterndes, endgültiges Schlussergebnis. Lasst uns unsere Motivation nicht kaputt machen, weder von innen noch von außen. Dankeschön. Damit ist das Pausenprogramm beendet, und wenn ich das richtig interpretiere, möchte uns der Wahlleiter etwas mitteilen. Die Schnitzelbrötchen sind lecker. Okay, danke für diesen Wortbeitrag. Als nächstes, ach so, Entschuldigung. Wir haben ein Ergebnis. Auf Till entfielen 65 Ja-Stimmen, auf Carsten 88 Ja-Stimmen, und auf Stefan 12 Ja-Stimmen. Damit ist Carsten Savosch zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Nur der Form halber, mit 88 Ja-Stimmen von 123 hat er die 50-Prozent-Hürde geknackt. Und jetzt möchte Herr Carsten noch erklären, ob er die Wahl annimmt oder nicht. Mit einem einfachen Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit können wir jetzt weitermachen mit anderen Dingen. Ja, wir tun Dinge aus Gründen, wie immer. Ich soll ansagen, dass es für die Hannoveraner ab 16 Uhr Mitgliedsausweise geben wird. Eigentlich schon jetzt. Eigentlich schon jetzt. Wie auch im Foyer. Aber bevor ihr jetzt alle losrennt. Nee, nee, das war schlecht. Das ist egal. Nicht loslaufen zum Foyer habe ich erst einen schriftlich vorliegenden GO-Antrag auf Redezeitbegrenzung für die Vorstellungen aller Ämter, die auf die Wahl des zweiten Vorsitzenden folgen, also für die zukünftigen Ämterwahlen. Und zwar folgendermaßen. Die Vorstellungszeit soll fünf Minuten betragen. Die Zeit für eine Frage 45 Sekunden. Die Zeit für Antworten auf eine Frage jeweils eine Minute. Und weitere Fragen des gleichen Fragestellers bleiben zulässig. Der stellt sich dann für weitere Fragen immer erneut hinten an der Rednerliste an. Ist irgendjemand die Regelung aus diesem GO-Antrag unklar? Nein? Da gibt es dagegen Widerrede? Okay, dann stimmen wir das ab. Wer ist für die Annahme dieses GO-Antrages? Deutliche Kartenzeichen bitte. Deutliche Kartenzeichen und oben halten. Dankeschön. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Das sind deutlich weniger. Damit ist dieser GO-Antrag auf Redezeitbegrenzung angenommen. Vielen Dank. Damit kommen wir zur Wahl des Schatzmeisters. Und dann darf ich schon wieder an den Wahlleiter übergeben. Bitteschön. Ja, wir kommen zur Wahl des Schatzmeisters. Und total überraschend möchte ich jetzt diejenigen Kandidaten oder diejenigen, die sich vorstellen können, dafür zu kandidieren, bitten, hier vorzukommen, ihren Namen beim BIMA-Piraten anzugeben und sich dann hier vorne zu versammeln. Los. Ihr könnt ruhig schon mal auf die Bühne klettern, wenn ihr Schatzmeister werden wollt. Finden sich noch weitere Leute, die Lust haben, Schatzmeister zu werden, so wie Ortwin zum Beispiel, der gerade durch die Gegend läuft. Er will offensichtlich nicht. Findet sich keiner mehr, dann würde ich nämlich jetzt erst mal die Kandidatenliste schließen. Und dann könnten wir mit der Befragung anfangen. Kandidatenliste schließt in fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Schluss. Damit würde ich die Kandidaten bitten, sich vorzustellen. Und zwar in der Reihenfolge, wie sie dort stehen. Ich heiße Uwe Elixen, bin 57 Jahre alt und habe die letzten acht, sieben, acht Monate Meinhardt bei der Schatzmeisterei unterstützt, aufgrund seiner Kandidatur als Spitzenkandidat. Bei dieser Arbeit ist mir aufgefallen, oder habe ich festgestellt, dass viel mit der Mitgliederverwaltung zusammenhängt. Stopp mal kurz, dein Turm ist weg. Stopp mal die Zeit. Er geht wieder. Gut, werde ich nicht wieder tun. Und bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, bei meinen Kollegen, die jetzt auch als Schatzmeister kandidieren, dass ich mich gerne um die Mitgliederverwaltung kümmern möchte, in welcher Form auch immer. Vielleicht als Beisitzer. Und verzichte deshalb auf eine Kandidatur als Schatzmeister. Ja, moin, mein Name ist Michael Hoffmann, bin Schatzmeister im Regionsverband Hannover, 41 Jahre alt, arbeite bei einem großen norddeutschen Kreditinstitut im Risikokontrolling, bin dort außerdem im Personal- und Verwaltungsrat, bringe also Gremienerfahrung, Gremienarbeit mit entsprechend. Das möchte ich auch gerne als Schatzmeister im neuen Landesvorstand entsprechend einbringen. Aus meiner Sicht müssen wir, damit wir dauerhaft erfolgreich sind als Piraten, möglichst eine effiziente Verwaltung und auch gerade eine effiziente Schatzmeisterei haben. Und aus dem Grunde, weil ich da gerade meine Talente sehe, möchte ich das hier mit einbringen und habe deswegen auch bewusst, wie auch bisher im Regionsvorstand Hannover, nicht als 1V oder 2V kandidiert, weil ich, wie gesagt, meine Stärken nicht so sehr in der politischen Arbeit sehe, sondern deutlich im organisatorischen an der Stelle. Ich habe ja noch massig Zeit. Ja, dann kann ich vielleicht schon ein paar Fragen vorwegnehmen. Ich stehe grundsätzlich die nächsten zwölf Monate zur Verfügung, habe nicht vor, mich beruflich oder in anderer Weise zu verändern, werde auch nicht, die Frage gab es, glaube ich, heute noch gar nicht, auch nicht als Kandidat für die Bundestagswahl zur Verfügung stehen, sondern widme wirklich meine gesamte Kraft und Energie den Piraten hier in Niedersachsen an der Stelle. Ja, was den Todesstern und die Geschäftsstelle angeht, also ich halte es nicht für sinnvoll, dass wir als Piraten irgendwie in Verbindung mit Massenvernichtungswaffen eine Geschäftsstelle eröffnen und lehne deswegen die Idee, eine Geschäftsstelle am oder im Todesstern zu eröffnen, konsequent ab. Vielen Dank. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Matthias Hackbart. Ich bin aktuell Schatzmeister im Kreisverband Hameln-Pyrmund und meine Kandidatur setzt sich aus zwei Beweggründen zusammen. Zum einen, weil ich traurig darüber war, dass meiner nicht mehr kandidiert und zum zweiten, weil ich in Hameln schon das offene Kassenbuch eingeführt habe, in dem jeder sehen kann, was wir für alle Ausgaben haben und das würde ich gerne versuchen wollen, auch auf Landesebene umzusetzen, weil ich glaube, die Transparenz der Kosten ist enorm wichtig, dass man sieht, was passiert mit dem Geld. Hört man mich? Ja. Und das wäre so mein primäres Ziel. Ich bin Angestellter an einer großen Bank als Softwareentwickler, Entwickler der Online-Systeme für CRM-Banking. Daher glaube ich, ich kann mich recht schnell in sowas einarbeiten. Ja, so viel Zeit. Okay. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Was Sie noch sagen oder zum Todesstellen, das finde ich lustig. Ich wäre dafür, dass wir einen von Lego kaufen, der kostet 400 Euro. Wenn jeder drei Euro kauft, dann haben wir einen, dann können wir den in die Geschäftsstelle hängen. Dankeschön. Bevor ich die Rednerliste öffne, möchte ich der Versammlung mitteilen, dass ich über Teile der Versammlung etwas ungehalten bin, weil ihr ständig quatscht. Und das ist unhöflich und respektlos gegenüber den Kandidaten. Hält die Versammlung es für richtig, wenn den Kandidaten gegenüber die nötige Aufmerksamkeit entgegengebracht wird? Das ist mir fast zu zögerlich, wie ihr da aufzeigt. Aber ihr könntet zum Beispiel auch einfach mal applaudieren, wenn ihr findet, dass man den Kandidaten zuhören soll. Das BIMA-Team, besser gesagt, ist ja eigentlich kein Team, der unglaublich epische BIMA-Pirat hat uns zwei Uhren dargestellt. Würdest du freundlicherweise mal den Stuhl ein bisschen drehen, damit die hier, wir lassen, wir haben hier einen Bildschirm auf dem Stuhl stehen, den drehen wir jetzt mal ein bisschen zu den Kandidaten, damit die da auch einen Blick drauf werfen können. Danke, noch ein Stück, schaffst du das? So. Könnt ihr das sehen? Die Kandidaten sagen mir, sie können die Uhren sehen. Das heißt, wir können jetzt mit der Befragung beginnen. Und die Kandidaten müssen sich jetzt nicht mehr zur Leinwand umdrehen, weil die auf dem BIMA das Gleiche sehen wie auf der Leinwand. Dankeschön. Die erste Frage, bitte. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der bisherige Schatzmeister dazu eine Idee gehabt hat, wie man die Zahlerquote erhöhen könnte. Welche Idee habt ihr? Ja, Zahlerquote ist ja ein zentrales Problem bei den Piraten. Erfahrungsgemäß haben diverse Aktionen wie zum Beispiel Mailings, also indirekte Ansprache, wenig gebracht. Meine Idee dazu ist, möglichst viele Nichtzahler persönlich anzusprechen, wobei als Landesschatzmeister ist das natürlich relativ schwierig an der Stelle, alle rumzureisen, alle persönlich anzusprechen. Aus dem Grunde ist meine Idee, hier die Untergliederung deutlich mehr mit einzubinden und zu sagen, was passiert bei Ihnen vor Ort, wie ist die Nichtzahlerquote, wie kann man in Zusammenarbeit mit diesen das entsprechend verbessern, dass Piraten die nicht zahlen, vielleicht haben sie es ja nur vergessen und wollen weiterhin aktiv sein als Pirat, persönlich anzusprechen und zu sagen, möchtest du nicht deinen Beitrag noch weiterhin bezahlen, weil alle anderen Maßnahmen wie Massenmahnung per Mail oder ähnliches haben erfahrungsgemäß relativ eine geringe Wirkungsquote. Ja, ich würde das ähnlich sehen, wir machen das auf Kreisverband eben auch schon so, dass ich die Mitglieder direkt anspreche und gegebenenfalls auch die Mitgliedsbeiträge einsammle und dann weiterleite an den Landesverband. Ich denke, das ist der beste Weg, wenn man die Menschen persönlich anspricht, dann fühlt sich keiner irgendwie auf den Schlips getreten und niemand fühlt sich genötigt, vielleicht eine Einzusammelung abzugeben, dass er gar nicht will. Okay, warte mal kurz, wir haben einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Deswegen bitte ich diejenigen, die jetzt noch Fragen stellen wollen, sich hinten anzuschließen. Ich werde bald die Rednerliste schließen. Gibt es dagegen? Ja, die müssen nicht abstimmen. Ich muss nur fragen, ob es dagegen-Gegen-Rede gibt. Das ist nicht der Fall, dann wird die bald geschlossen. Danke. Nächste Frage, bitte. Eine Frage an beide Kandidaten, die ja auch beide Schatzmeister sind derzeit. Kennt ihr eure Bücher? Und meine Frage ist konkret, wie viele liquide Mittel hattet ihr jeweils in eurer Bücher zum 1. Januar 2012 und zum 31.12. 2012? Es muss nicht auf den Cent genau, aber so auf 100 Euro genau, hätte ich das gerne gewusst. Das ist ganz einfach, wir haben 50,03 Euro auf dem Konto. Das hatten wir am 31.12. und hatten es auch am 01.01. Zum 01.01.2012, da ich da noch nicht in Amt und Würden war, kann ich es nicht genau sagen. Das waren roundabout 2.000 Euro. Wir hatten vom Kontostand her Ende letzten Jahres, dann am 31.12. roundabout 7.000 Euro drauf gehabt, wobei das mag jetzt sehr viel klingen. Liquide tatsächlich verfügbar war, nur knappe 3.000 Euro, weil der Rest bereits für verschiedene andere Maßnahmen beziehungsweise Zweckbindungen verplant war und damit nicht frei zur Verfügung steht. Ihr seid ja beide aktive Schatzmeister zur Zeit in euren Verbänden. Ich weiß jetzt nicht, wie in Hameln-Pyrmont die Wahlperiode aussieht, die nächste Vorstandswahl. Wie seht ihr den Schatzmeister in euren lokalen Verbänden in der nächsten Wahlperiode? Steht ihr da zur Verfügung? Habt ihr Nachfolger? In Hannover wird ja in 14 Tagen neu gewählt. Dann würde ich, falls ich hier heute gewählt werde, nicht mehr zur Verfügung stehen. Als Nachfolger kann ich mir aus dem, was ich so bisher aus Gesprächen mitbekommen habe, sehr gut Stefan Ackerblom vorstellen, der da auch sehr engagiert in dieser Sache sein wird. Vielleicht finden sich aber auch noch andere Piraten im Regionsverband Hannover, die dann Interesse daran hätten und auch entsprechend qualifiziert sind. Aber die kenne ich natürlich noch nicht. Die wissen wir erst in 14 Tagen. Ja, wir haben am 16.03. die Kreis-Mitglieder-Versammlung. Dann werde ich, falls ich gewählt werde, auch nicht mehr antreten. Über einen möglichen Nachfolger haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Das wäre dann der Bastian Alex. Hallo, ich hätte nur eine Frage an Michael. Könntest du ein Statement geben zu dem offenen Kassenbuch? Ich fand diese Idee von Matthias sehr interessant und würde sie persönlich sehr unterstützen. Danke. Ja, ich finde die Idee auch sehr gut, würde ich auch unterstützen. Ich habe etwas Ähnliches in Form eines Schatzmeisterpads in Hannover, dass ich dort immer einen sozusagen laufenden Rechenschaftsbericht abgebe, wie der Kontostand ist, ob besondere Belastungen, Ausgaben, Einnahmen oder Ähnliches sind. Da wird jetzt nicht jede Buchung vorgeführt, sondern da gibt es entsprechend Highlights und Zusammenfassungen. Also erstmal vorweg, ich kenne euch beide nicht persönlich. Ich habe mir halt eure Wiki-Einträge durchgelesen, fand die Vorstellung eben gerade interessant und kann mir gut vorstellen, dass ihr beide dafür durchaus sehr geeignet werdet. Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich ein bisschen indifferent bin, es gibt ja häufig so die Sache, so ja, der andere gewinnt, wie sieht denn das aus, würdest du ihn unterstützen? Das würde ich auch fragen. Ich möchte aber keine Lippenbekenntnisse. Ich möchte konkret von euch wissen, wenn der andere gewinnt und ihr sagt, ihr würdet den auch unterstützen, zum Beispiel bei der Einführung so eines offenen Kassenbuches, wie könnte eure Unterstützung konkret aussehen? Es stand ja schon die Frage im Raum eines stellvertretenden Schatzmeisters. Ich glaube, das lässt sich damit am besten beantworten. Wenn ich nicht gewählt werde, werde ich Michael nach Kräften unterstützen, auch mit unserer Kassenbuchsoftware, sofern sie denn gewünscht ist. Also meine Unterstützung ist sicher. Ja, mir geht es da genau ähnlich. Ich würde im Zweifelsfall, falls es Matthias werden sollte, meine Unterstützung anbieten in Form von Beauftragung, aktiver Teilnahme an Maßnahmen, wenn er einzelfallbezogen sagt, er braucht hier und da Hilfe oder Ähnliches. Das kann man jetzt natürlich noch nicht konkret ausmachen, aber es geht mir darum, dann immer zu sagen, wo ist Hilfe nötig, wo ist Not am Mann, wo kann ich unterstützen, dann werde ich da immer einzelfallbezogen eintreten und jetzt nicht einfach pauschal sagen, ich bin bei allem dabei, sondern es geht darum, gezielt zu helfen, gezielt Unterstützung anzubieten und das ist aus meiner Sicht immer das Wichtigste. Eine Frage an euch beide. Wenn ihr zum Schatzmeister gewählt worden seid, tretet ihr dann auch zur Wahl des Finanzrates an? Wenn nein, wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit mit dem Finanzrat vor, die Einbindung? Da ich gar nicht weiß, was der Finanzrat macht, sage ich nein. Ich würde mich zur Verfügung stellen, um zu unterstützen und alles das, was in meinem Aufgabenbereich fällt, offenzulegen beziehungsweise da zu organisieren, aber erst mal nein. Ich halte eine Zusammenarbeit und eine Vernetzung mit dem Finanzrat für sehr wichtig, würde allerdings, da ich hier eine eventuelle Doppelbelastung sehe, selber direkt nicht für den Finanzrat kandidieren, sondern auf anderem Wege die Zusammenarbeit dort suchen. Das ist ja kein in sich abgeschlossenes Geheimgremium, sondern da kann man ja relativ einfach auch mit den Leuten in Kontakt treten. Deswegen ist hier mein Antritt zu sagen, es muss eine Vernetzung stattfinden, man muss miteinander zusammenarbeiten, aber aufgrund der möglicherweise Doppelbelastung und eventuell auch von Interessenkonflikten sehe ich hier eher eine Zusammenarbeit als eine direkte Kandidatur und dann auch Mitglied sein des Finanzrates. Ja, ich bin eigentlich froh, dass Sie beide kandidiert oder vorher auch alle drei, die kandidiert haben, weil ich sehe, dass ihr alle geeignet gewesen werdet, das gut zu übernehmen. Es liegt mir eine Sache aber sehr am Herzen, die nur bedingt gut funktioniert hat in der letzten Zeit, nämlich die Schulung und die Zusammenarbeit aller Kreisverbands Schatzmeister zu organisieren. Bei den Treffen, die wir gemacht haben, waren immer acht bis zehn Leute von 25. Das ist deutlich zu wenig an Beteiligung und das müsste man irgendwie intensivieren. Ich hoffe, ihr habt da Ideen. Wenn ja, vielleicht könnt ihr dazu schon was sagen. Der zweite wunde Punkt ist, ist, dass einige Kreisverbände sehr interessiert sind, direkt Zugang zu SELT zu bekommen. Meinert, es tut mir leid, stell dich noch mal hinten an, überleg dir eine kürzere Formulierung der Frage, deine Zeit ist um. Der nächste Fragesteller, bitte. Ich glaube, da ist noch eine Antwort. Nein, das war keine Frage. Was soll ich denn da für Antworten geben? Wollt ihr auf eine unvollständige Frage antworten? Nein, da dachte ich mir. Als ich letztes Jahr bei uns in Oldenburg ein offenes Kassenbuch eingeführt habe, bin ich über kritische Probleme des Datenschutzes gestoßen. Denn wie ihr auch unterschrieben habt, dürft ihr keine internen Zahlen des Rechnungswesens veröffentlichen. Und ich habe daraufhin zum Beispiel dich, Matthias, angeschrieben, wie ihr das geregelt habt. Ich habe da keine Antwort erhalten. Und da frage ich mich, habt ihr euch da überhaupt darum gekümmert? Oder ist die Mail untergegangen? Was ist da passiert? Und letzten Endes, was passiert, wenn ihr als Landesschatzmeister Anfragen kriegt von Untergliederungen? Wie reagiert ihr dann? Wie könnt ihr denen helfen? Habt ihr da auch Zeit für und solche Dinge? Also wenn ich deine Mail übersehen habe, tut es mir leid. Ich weiß nicht, wer du bist. Deswegen kann ich nicht sagen, ob ich sie gesehen habe oder so. Ich bin der Tim Niemeyer aus Oldenburg. Nein, kann ich nicht so sagen. Ich kann mich in die Mail erinnern. Ich weiß nicht, wie lange es gelaufen ist. Wir haben Regelungen getroffen zum Thema Datenschutz. Also ich gehe jetzt mal auf die Spenden zum Beispiel ein. Wenn Spenden getätigt werden, dann kann derjenige der Veröffentlichung widersprechen. Dann wird er anonymisiert. Wenn er es nicht tut, wird er namentlich genannt. Ansonsten haben wir keine Transaktionen, die so kritisch sind, dass man sie generell verbergen oder anonymisieren müsste. Zumal es auch jeglicher Philosophie in des offenen Kassenbuchs widerspricht, wenn ich da nur Zahlen dran schwärze. Auf deine Mail-Anfrage kann ich jetzt natürlich logischerweise nicht antworten. Nichtsdestotrotz ist natürlich bei einer offenen, transparenten Darstellung der Datenschutz immer zu beachten und einzuhalten an der Stelle. Keine namentlichen Veröffentlichungen, wenn nicht die Einwilligung des Betroffenen vorliegt. GIL ist ja einer der Grundsätze dabei. Die Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden muss natürlich intensiviert werden. und wenn Hilfe benötigt wird von diesen, biete ich die auch gerne an, weil das ist ja dann meine Aufgabe als Landesstaatsmeister an der Stelle. Ich kann jetzt sicherlich keine aktuellen Reaktionszeiten nennen, dass ich sage, wenn da sich jemand meldet und eine Mail schreibt und sofort Hilfe braucht, dass ich da innerhalb von 30 Minuten drauf antworten werde. Aber grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden hat bisher jeder von mir auch im Regionsverband Hannover eine Antwort bekommen. Das Mikrofon scheint tot zu sein. Ah, jetzt geht's. Jetzt kann ich was sagen. Also, drei Fragen. Die dritte überlasse ich meinen, die handelt sich um Sage. Wir haben heute einen Satzungsänderungsantrag oder einen sonstigen Antrag auf der Tagesordnung, den wir heute wahrscheinlich nicht mehr behandeln werden, handelt sich um Einzug per Lastschrift der Mitgliedsbeiträge und zwar bei Default. Was sagt ihr dazu? Und der dritte ist Einzug von Mitgliedsbeiträgen auf Kreisebene. Was sagt ihr dazu? Den ersten Teil habe ich, glaube ich, nicht richtig verstanden. War das jetzt Lastschrift Einzug per Default? Jo. Finde ich generell eine gute Sache. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen das einfach nicht möchten. Insofern muss man den Wunsch des Einzelnen respektieren. Ich bin kein Freund davon, das aufzuerlegen. Wir sind nicht das Straßenverkehrsamt. Der zweite Teil, Einzug durch die Untergliederung, finde ich gut, beziehungsweise einsammeln, machen wir ja auch schon, weil es einfach die Erfahrung gezeigt hat, es geht schneller und es ist wesentlich angenehmer für das Mitglied. Einzug durch Lastschrift bin ich ein absoluter Freund davon. Muss allerdings hier auch, wie schon Matthias sagte, absolut natürlich freiwillig sein und kann keine Zwangsmaßnahme sein. Auf diesem Wege, glaube ich, erhöht sich natürlich auch ganz effektiv die Quote der Zahler insgesamt, was ja uns insgesamt auch sehr gut tut an der Stelle. Einzug oder der Beiträge durch die Untergliederung halte ich auch sehr viel davon. Wichtiger Punkt dabei, für mich ist dabei, dass sichergestellt sein muss, dass auch der Schatzmeister vor Ort tatsächlich dann das Know-how hat und sagen kann, ich kann das ableisten an der Stelle. Im Zweifelsfall wäre hier natürlich auch wieder das Signal, ich brauche da Hilfe und Unterstützung und dann müsste man entsprechend da helfend eingreifen. Okay, danke schön. Ja, habt ihr eine Idee, wie man das Problem lösen kann, dass die Kreisverbände gerne Gelder einziehen möchten, aber nicht Zugänge zu SAGE bekommen werden, so wie uns die Schatzmeisterin des Bundes mitgeteilt hat und das Geld sozusagen nochmal an den Landesverband komplett überwiesen werden muss, so wie es jetzt ist. Das heißt, Doppelarbeit entsteht und Unschärfen an der Stelle entstehen. Habt ihr eine Idee, wie man das Problem löst? Da wir beide gerade die Stirn runzeln, fange ich jetzt einfach mal an. Ja, da ich mich jetzt selber noch nicht so ganz in die Details der Schatzmeister auf Landesebene eingearbeitet habe, fehlt mir dazu jetzt ganz ehrlich jegliche Fantasie dazu an der Stelle, wie man das effektiv lösen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es da Wege gibt. Mir ist die Kollision bezüglich der Lizenzen auch bewusst und sehe das auch als Problem an. Da wird es eine pragmatische Lösung geben. Ich bin ein Freund von pragmatischen Lösungen. Wie die allerdings aussehen kann, darauf muss ich die Antwort erstmal schuldig bleiben. Ich kenne SAGE nicht gut genug, um es beurteilen zu können. Als Idee hätte ich, und da habe ich mir gerade überlegt, dass es einen Automatismus geben sollte, dass man auf Kreisverbands- oder Untergliederungsebene automatisiert die Lastschriften zieht und automatisiert diese an den Landesverband weiterleitet. Wie das geschieht, weiß ich auch noch nicht so genau, aber da werden sich Mittel und Wege finden. Jede Bank bietet das an, dass man so etwas über ein DTA-Verfahren einreicht und automatisiert, ohne irgendwelche Manpower zu erledigen. Hallo, ich habe eine Frage an Matthias Hackbart. Und zwar, würdest du dein möglicherweise dann Vorstandsamt dafür nutzen, bei der organisatorischen Vorbereitung der Landesmitgliederversammlung darauf einzuwirken, dass wir eine Tagesleitung bekommen, die in der Lage ist, nach erfolgreich abgestimmtem DO-Antrag auf Fließung der Rednerliste dieser auch tatsächlich zu schließen? Kannst du das nochmal wiederholen? Meine Frage war, ob du dein möglicherweise zukünftiges Vorstandsamt dazu nutzen würdest, bei der organisatorischen Vorbereitung der Landesmitgliederversammlung darauf hinzuwirken, dass wir eine Tagesleitung bekommen, die in der Lage ist, nach erfolgreich abgestimmten DO-Antrag auf Schließung der Rednerliste diese auch tatsächlich zu schließen? Der Draflo will dir eigentlich nichts sagen. Der will nur mir sagen, dass ich vergessen habe, die Rednerliste zu schließen. Nein. Moment, verstehe ich das richtig? Du wirst auch weiterhin mich einladen als Versammlungsleiter? Ich habe nur irgendwas gesagt, um mein Gehirn zu resetten. Entschuldigung, Du hast natürlich völlig recht, ich vergaß die Rednerliste zu schließen. Glücklicherweise ist außer dir niemand mehr hingelaufen, ist also kein Schaden entstanden. Doch? Welcher? Ist die Rednerliste noch offen? Nein. Ich habe Nein gesagt. Damit übergebe ich an den Wahlleiter. Walte deines Amtes. Und hiermit eröffne ich den Wahlgang. Und hiermit erinnern. Aber nein. Ich habe keinen Schaden. Ich habe nur die例e nicht veräßt. Das ist der Grund, der Dich mit 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 der Dich. Nachdem wir eine diebische Wahl, Pyth hat unsere Stifte geklaut, wir brauchen wieder welche. Vielen Dank. Liebe Versammlung, wir haben ein Problem. Wir haben ein schwerwiegendes Problem. Es verschwindet in massivem Umfang Eigentum des Landesverbandes. Das behindert die Durchführung dieses Landesparteitags erheblich. Es verschwinden nämlich die Stifte aus den Wahlkabinen. Aus den Wahlkabinen. Wir bräuchten also, erstens brauchen wir Stifte und zweitens wäre es super klasse, wenn ihr die Stifte in den Wahlkabinen lassen würdet und nicht mitnehmen. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Ich würde vorschlagen, Ich wurde gebeten, Vielen Dank. Vielen Dank. So, Jetzt wird es, Ich unterbreche, Ich... Vielen Dank. 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 Hallo, ich bin Clemens John aus dem Stadtverband Oldenburg und ich würde mich als stellvertretender Wahlleiter zur Verfügung stellen. Gibt es da irgendwelche Bedenken seitens der Versammlung? Nein? Glückwunsch, du hast den Job. Dankeschön. Es gibt einen Antrag auf Änderung der Wahlordnung, den ich als nächstes behandeln werde. Der Antragsteller formuliert, der Antragsteller formuliert, der für die Wahlen der Beisitzer gewählt ist, wer a. mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält und b. entsprechend der Anzahl der zu wählenden Beisitzer zu den Kandidaten mit den meisten Ja-Stimmen zählt. Ich lese das noch einmal vor, der für die 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 Wahl der Beisitzer gewählt ist, ist, wer a. mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält und b. entsprechend der Anzahl der zu wählenden Beisitzer zu den Kandidaten mit den meisten Ja-Stimmen zählt. Sprich, ein Wahlgang und dann, sagen wir mal, wie viele Kandidaten haben wir? 17 oder so und wir brauchen wie viele Beisitzer? Sechs, glaube ich. Ja, das heißt also, dass die sechs Leute, die das beste Verhältnis von Ja- zu Nein-Stimmen haben, also quasi die Tabelle anführen und gleichzeitig natürlich mehr Ja- als Nein-Stimmen haben müssen, dann automatisch gewählt sind. Das wäre dann in einem Wahlgang erledigt. Ja, mir ist bewusst, dass diese Regelung keine Sonderregel für Gleichstand enthält. Was machen wir dann? Tim Weber, wo ist er? Du bist der Antragsteller. Du, erklär. Ja, ich erkläre. Also wir haben dieses Verfahren schon mal angewendet in Wolfenbüttel. Also es ist jetzt nichts Neues. Ich gebe zu, etwas kompliziert formuliert, weil ich noch nicht wusste, dass jetzt ja in der Satzung steht, es muss mindestens ein Beisitzer und bis zu acht Beisitzer gewählt werden. Das heißt, wir haben 15 Kandidaten und bis zu acht Beisitzer werden gewählt. Auf dem Wahlzettel steht Ja, Nein, Enthaltung. Enthaltung zählt auch Enthaltung. Es gibt zwei Erfolgsbedingungen. Ja, mehr Ja- als Nein-Stimmen. Man muss dann eben zu den ersten acht gehören, was der Ja-Stimmanteil angeht. So und sollte dieser Fall eintreten, dass jetzt Fall 8 und 9 gleich viel Ja-Stimmen haben, da bin ich jetzt gerade überfragt, ob wir eine Lösung haben. Normalerweise müsste dann gelost werden. Aber da bin ich jetzt überfragt, was dazu in der Geschäftsordnung steht. Da muss nicht unbedingt gelost werden. Da kann man auch ruckzuck einen neuen Wahlgang machen. Das ist einfach. Kandidat A oder B. Fertig. Ich werde jetzt mal eine offene Aussprache zu diesem Antrag behandeln, da ich davon ausgehe, dass das eine nicht unerhebliche Änderung der Wahlordnung ist und somit eine Aussprache im Sinne der Versammlung sein dürfte. Dirk, du hast es. Ich bin gegen diesen Antrag. Wir haben eine Geschäftsordnung. Wir haben insbesondere auch eine Satzung. Da steht eine Wahlordnung drin. Und an die sollten wir uns dann doch jetzt bitte schön auch halten. Auch diese Wahlordnung ist erprobt. Kernpunkt unserer aktuellen Wahlordnung ist, dass niemand gewählt wird, der nicht die Mehrzahl der hier anwesenden Personen auf sich vereinigt. Diese Änderung da, die ich in ihrer Komplexität jetzt auch gar nicht vollständig überschauen kann in der Kürze der Zeit, scheint mir das nicht mehr zu garantieren. Das halte ich aber für ganz wesentlich. Diese Komplexität ist für mich auch der zweite Grund, warum ich das ablehne. Was soll das? Wir haben da was. Tim, stell dich mal ins Mikro und sag mir, was du mir sagen möchtest. Ich kann dich nicht verstehen, wenn du hinten im Saal stehst. Wenn Fragen auftauchen, ob ich nach vorne kann, um die Fragen zu beantworten. Stell dich bitte mal ins Pult. Du bist der Antragsteller. Selbstverständlich darfst du dich ins Rednerpult stellen. Nächste Frage bitte. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Nämlich, was passiert mit Kandidaten, die nicht die 50% Zustimmung des Gremiums bekommen? Also wie gesagt, wir haben dieses Verfahren schon mal in Wolfenbüttel zur Aufstellungsversammlung angewendet. Also wir haben diese Diskussion hier schon mal geführt. Das heißt, es gibt, wenn man das jetzt so ändert, gibt es keine 50% Mehrheit mehr auf den Leuten, die hier sind und wählen. Aber es gilt natürlich immer noch die 50% Regel. Ich muss mehr Ja-als-Nein-Stimmen haben. Wir haben letztes Mal, also letztes Jahr in Osnabrück hatten wir das Problem, dass wir relativ viele Kandidaten haben. Aber nur drei Kandidaten haben es dann als Beisitzer geschafft, weil das Quorum sich eben als zu hoch herausgestellt hat. Wenn wir viele Kandidaten haben, ist das in der Regel so, dass die meisten nur relativ wenig Kreuze setzen und dann werden nur sehr wenige als Beisitzer dieses schaffen. Und dieses Verfahren garantiert eigentlich, dass wir sozusagen mehr Beisitzer auch in den Vorstand hineinbekommen. Ich habe keine konkrete Frage, weil du eigentlich die Frage ja schon beantwortet hast. Theoretisch haben wir kein Quorum, weil ja die Enthaltungen nicht als Nein-Stimmen zählen. Also es kann auch jemand mit weniger als 50% der Versammlung theoretisch reinkommen. Prinzipiell würde ich dann theoretisch eigentlich eher den Vorschlag von Phil von gestern besser finden, dass wir doch ein Quorum haben und ein Scoring machen. Wo ich dann nämlich sagen kann, wenn mein das nicht wird, dann habe ich Kandidat 2 mit 8 Punkten und so weiter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoller wäre. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also beim Scoring ist jetzt A das Problem, das ist wirklich fürs Auszählen sehr viel anspruchsvoller. Und im Gegensatz zur Aufstellungsversammlung brauchen wir ja keine Reihenfolge. Mir ist es ja persönlich egal, ob der Beisitzer an Nummer 1 ist oder Nummer 3, sondern ich möchte eine bestimmte Zahl an Beisitzern erreichen. Und ich glaube, dass dann der Vorschlag, wie ich ihn mache, sehr viel einfacher ist, weil wir es tatsächlich mit einem Wahlgang erledigen können. Entschuldigung. Ich warte meinen kleinen Augenblick noch. Moment, die Versammlungshaltung muss ich kurz beraten. Alles klar. Es tut mir leid, ich muss mich bei der Versammlung entschuldigen. Uns ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir hätten diesen Antrag gar nicht behandeln brauchen. Und zwar deswegen, doch, weil das Verfahren in dieser Form bereits in der beschlossenen Geschäftsordnung enthalten ist und die notwendige Mehrheit nicht anders ausgewiesen werden kann, als das, was du sagst. Korrigiere mich, wenn wir uns irren. Wir haben hier drinstehen, der Jan, der nimmt sich mal das Mikrofon, der hat nämlich das rausgesucht. Oh, die Batterie, da. Ich gehe mal kurz ans Pult. Der Jan geht mal kurz ans Pult und sagt was dazu. So, hallo. Der Passus, Wahlen und Abstimmungen der Geschäftsordnung, Paragraf 5, vorletzter und letzter Satz. Anschließend werden die Beisitze gewählt. Gewählt ist jeder Kandidat, der die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht. Die erforderliche Mehrheit ist mehr Ja-als-Nein-Stimmen, weil niemand mit mehr Nein- oder gleich Nein-Stimmen als Ja-Stimmen gewählt werden kann. Damit ist das im Endeffekt genau das, was du sagst. Das steht schon drin, also. Dann können wir uns nämlich die Diskussion spannen. Vielen Dank. Ich bin überrascht. Ich habe gestern den Antrag gestellt und da wurde er angenommen. Aber wenn das so ist, freue ich mich natürlich. Vielen Dank. Ich kann dir nur meine Entschuldigung anbieten. Ich habe das in Unkenntnis der Wahlordnung behandelt, weil die Wahlordnung Gegenstand des Auftrages des Wahlleiters ist, dem glücklicherweise in Ausübung seines Amtes aufgefallen ist, dass das schon in der Geschäftsordnung drinsteht. Damit ist der Antrag hinfällig, weil er keine tatsächliche Änderung... Er hat seine Änderung falsch formuliert. Ja, Änderung war falsch formuliert. Der Jan sagt noch mehr dazu. Also, der Draflo hat mir das gerade gesagt, der hat mir deine Intention des Antrags gerade erklärt. Du möchtest quasi, dass bei der Wahl der Beisitzer die Enthaltungen nicht als Nein-Stimme gezählt werden. Ist das richtig so? Ah, dann ist nämlich der Antrag ein bisschen falsch. Dann möchtest du quasi einfach nur den Absatz Wahlen und Abstimmung, Absatz 4, Personen werden mit absoluter Mehrheit in Personen werden mit einfacher Mehrheit gewählt ändern. Und dann ist nämlich diese ganze andere Sache dann einfacher. Du änderst dann deinen schriftlich eingereichten EU-Antrag, den entsprechend nehme ich an, dann kann ich das nämlich... Dann schreibe ich das unten. Wir machen jetzt Folgendes. Nachdem ich euch darauf geeinigt habe, was die tatsächliche Änderung ist, nämlich dass wir aus der absoluten Mehrheit eine einfache Mehrheit haben, wenn ich das richtig verfolgt habe, werden wir auf dieser Basis die Rednerliste neu öffnen. Und damit könnte die Aussprache darüber stattfinden, beginnend mit Meinert, dem ich dazu das Wort erteile. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also ich bin sehr dafür, dass wir die absolute Mehrheit beibehalten. Also ich finde, für die Arbeit im Vorstand ist es wichtig, dass man den großen Rückhalt hat. Und ich finde es also einfach sehr schade, wenn es uns nicht gelingt, sozusagen so viele wie notwendig auch in den Vorstand zu bekommen. Ich weiß, bei der letzten Wahl war das so. Es waren ganz viele Kandidaten, aber drei sind nur reingekommen. Das hat für die Intensität und die Zusammenarbeit nicht geschadet. Und ich glaube aber, dass man den Rückhalt braucht, mindestens der Versammlung. Und ich fände das also nicht gut, wenn man mit 25 Prozent dann Beisitzer wird, nur weil man mehr Ja- als Nein-Stimmen hat. Also meine Sache war vorhin bei Stimmengleichheit, bei Ja-Stimmen, dass man vielleicht einfach mit aufnehmen könnte, dass halt bei Stimmengleichheit von Ja-Stimmen einfach danach hin sortiert werden kann, wer weniger Nein-Stimmen hat. Geht weiter nach vorne, dann bräuchte man dabei keine Neuwahl, falls das passiert. Und wollte dabei fragen, eigentlich ist doch, das wäre der eine Punkt, der andere Punkt wäre, verstehe ich das dann so weit richtig, dass Enthaltungen eigentlich dann dabei quasi als Ja-Stimmen zählen? Nein, Enthaltungen zählen als Enthaltungen. Also was jetzt hiermit das Problem bei der einfachen Mehrheit ist als Begriff, dafür gibt es zwei Bedeutungen. Und hier ist es aber so gemeint, eben bezogen auf die, die sich mit Ja und Nein entschieden haben, eine 50-Prozent-Mehrheit. Und Enthaltung zählt nicht mit bei dem Kandidaten, wo ich mich enthalten habe. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir acht Leute zu wählen haben, und wir haben mehr Bewerber als acht Leute, das ist doch wunderbar, dann brauchen wir nur zu verlangen, dass jeder nicht mehr als acht Kreuze macht. Nee, eben nicht. Eben nicht. Das ist das Problem. Also bei Approval Voting klassisch, wo man dieses 50-Prozent-Quorum hat, passiert genau das, was du gerade beschreibst. Ich mache maximal acht Kreuzchen, einige machen sogar noch weniger, weil sie sagen, die will ich unbedingt drin haben. Und dann verteilen sich nämlich die Kreuzchen auf die 15 Leute, und dann werden wir, so fürchte ich nachher, wieder das Ergebnis haben, dass wir nur drei, vier überhaupt über dieses Quorum bringen. Das ist genau das Problem. Ja, der Unterschied ist nur, du musst nicht sagen... Entschuldigung. Kein Zwiegespräch, bitte. Sei so gut. Dritter Seite, du kannst dich gerne hinten erneut an der Rednerliste anstellen. Ich werde kein Zwiegespräch zulassen. Ich habe zwei GO-Anträge auf Schließung der Rednerliste vorliegen. Alle, die jetzt noch reden wollen, begeben sich bitte zum Seilmikrofon. Der nächste Redner kann in der Zeit schon mal sprechen. Ich halte zum einen die Versammlung hier für so intelligent, dass sie genau weiß, was sie tut, wenn sie jemandem ein Kreuz nicht gibt. Zum anderen hat die Erfahrung gezeigt, dass es selten eine gute Idee ist, direkt vor einer Wahl das Wahlsystem zu ändern. Ich würde das gerne zu bedenken geben. Also ich möchte betonen, dass ich nicht die Intelligenz der Versammlung angezweifelt habe, sondern dass ich die Vorliebe der Piraten, sich differenziert auszudrücken, bedienen möchte. Und das Problem ist einfach, wenn ich eben das 50-Prozent-Quorum habe, gibt es keine Differenzierung zwischen Nein und Enthaltung. Und gerade bei 15 Kandidaten kann es gut sein, dass die nicht alle so bekannt sind. Also stimme ich mit Enthaltung und das wird dann als Nein gezählt. Also man könnte auch sagen, der arme Pirat wird bevormundet. Also gerade weil ich uns für so intelligent halte, möchte ich hier auch ein differenzierteres Wahlverfahren einführen. Und wie gesagt, wir haben es in Wolfenbüttel mit Erfolg angewendet. Das ist so neu nicht. Sonst hätte ich selbstverständlich gar nicht gewagt, es so kurz vorher vorzustragen. Entschuldigung, bevor du redest, schließe ich die Rednerliste. Jetzt darfst du. Also ich persönlich muss auch sagen, dass eine Enthaltung nicht bedeutet, dass man einen fehlenden Rückhalt hat, sondern dass man schlicht und einfach zu dem einzelnen Beisitzer Posten, also für die Funktion und diese Person, es jetzt nicht hundertprozentig sagen kann. Und dann gibt es halt einen Rest von Leuten, die sagen etwa Ja oder Nein. Und ich denke mal, ich halte die Versammlung für so intelligent, dass jeder in der Lage ist, ein Ja, ein Nein oder eine Enthaltung zu machen. Dito, ich glaube nicht, dass die Leute hier... Danke, das war dein Wortbeitrag. Dito heißt ich auch, also ist das eine Wiederholung. Ich finde, wir haben ein Zeitproblem. Ich finde, dass die Leute, die andere Anträge geschrieben haben, die nachher hinten runterfallen, da auch Herzblut reingesteckt haben. Und eigentlich wäre es fair, dass sie dann auch ihre Anträge möglichst noch behandelt kriegen. Und ich bitte einfach, Theorie, alles gut und richtig. Und es gibt viele akademische Dinge, über die man darüber streiten kann. Aber ich wäre einfach jeder Piratin und jedem Piraten dankbar, der sich dafür einsetzt, dass wir Zeit sparen und Ergebnisse schaffen. Seid so gut und lasst das Mikrofon bitte im Ständer. Der hatte in der Mitte einen Griff, an dem könnte das Ding rauf und runter schieben. Ja, danke. Die Orga applaudiert mir sogar für die Ansage. Dankeschön, du hast das Wort. Die Frage ist doch, warum gebe ich eine Enthaltung? Eine Enthaltung gebe ich, wenn ich mir nicht schlüssig bin, ob ich den Kandidaten jetzt für gut empfinde, also für geeignet empfinde oder für nicht geeignet empfinde. Dann bin ich auch der Meinung, okay, ich habe keine Meinung zu der Person und dann überlasse ich der Versammlung darüber zu entscheiden. Das heißt, wenn man eine Enthaltung als Nein zählt, kann man damit nicht vernünftig die Meinung, die man hat, ausdrücken. Wenn ich jetzt sage, ich habe keine Meinung zu der Person. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, dann lasse ich doch die Versammlung beurteilen darüber. Deswegen bin ich für den Antrag. Klasse statt Masse. Okay, vielleicht noch mal ganz kurz. Erstens, die Diskussion ging ja doch relativ schnell. Und wie in Wolfenbüttel, da wurde das auch schon gesagt, es gibt ein demokratisches Recht auf Enthaltung. Und wenn wir das jetzt anwenden, hat es den Vorteil, dass wir in einem Wahlgang ein relativ zufriedenstellendes Ergebnis hinkriegen, dass wir nämlich eben einige mehr an Beisitzern haben. Deswegen würde ich um eure Unterstützung bitten. Es ist so, das ist jetzt ja auch in der Geschäftsordnung so angelegt, also ausdrücklich, dass man das Wahlverfahren eben auch von absoluter Mehrheit in einfacher Mehrheit anlegen kann. Das heißt, wir haben das in der GEO schon angelegt. Das heißt, mit einer Mehrheit der Abstimmenden können wir jetzt auch diese kleine, aber feine Änderung beschließen. Vielen Dank. So, damit ist die Aussprache beendet. Wir kommen zur Abstimmung. Gab es da Proteste? Oder war das allgemeiner Lärm? Ah, das war nur allgemeiner Lärm. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer ist für die Annahme des Antrages von Tim Weber? Das wäre dann die einfache Mehrheit. Ganz genau. Dankeschön. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Ja. Das ist mit überragender Mehrheit angenommen worden. Vielen Dank. Applaus Damit darf ich... Moment, wir nehmen das noch kurz zu Protokoll. So, und damit darf ich übergeben an den Wahlleiter. Ja, damit eröffne ich die Kandidatenliste zur Wahl des Beisitzers. Wer zur Wahl des Beisitzers kandidieren möchte, möge sich bitte bei ihm hier vorne melden. Der nimmt dann... Am besten stellt ihr euch da vorne hin. Der nimmt dann eure Namen auf. Und... Nee, hier einfach hier vorkommen. Hier, da vorne. Genau da. Der nimmt dann eure Namen auf. Und dann könnt ihr dann auf die Liste. Mach's gut, Bernhard. Ooffe. Okay. Du bist der Liste. Du bist der Liste. Ja. Sie ist der Liste. Du bist der Liste. Da auch mal raus. Der Liste. Der Liste. Vielen Dank. Die Kandidatenliste für eine Zigarettenlänge ist vorbei, wenn ich wieder da bin vom Rauchen. Die Kandidatenliste für eine Zigarettenlänge ist. 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 Die Kandidatenliste für eine Zigarettenlänge真kl. Die Kandidatenliste für eine Zigarettenlänge ist. und ziehe hiermit meine Kandidatur, die nicht von mir ausgelöst wurde, sondern wie gesagt, ich wurde vorgeschlagen, zurück. Ich bitte aber darum, überlegt euch, ob ihr selber nicht auch mitarbeiten wollt. Dankeschön. Gut, dann bitte ich Mario bitte auf die Bühne. Deine Vorstellung? Ja, ich mache es kurz. Mein Name ist Mario Essenschi, 32 Jahre alt noch, bald zu 33, oh Gott, Kfz-Mechaniker. Ich bin jetzt zwei Jahre im Landesvorstand gewesen, habe in der Zeit im Landesvorstand viele KVs gegründet, Direktkandidaten aufgestellt. Das war so ungefähr mein Aufgabenbereich. Im Moment betreue ich noch die Neumitgliederaufnahme, da wo noch keine KVs bestehen. Und das würde ich einfach schlicht und ergreifend gerne weitermachen, also meine Arbeit einfach weiter so tun, wie ich sie jetzt getan habe. Dafür möchte ich um euer Vertrauen bitten und das war es dann auch schon. Bleibst du bitte hier? Aufgrund der Bühnengröße haben wir uns entschieden, dass ihr eure Fragen gleich bekommen könnt. Okay. Also, wer möchte Fragen an Mario stellen? Auskauen ist in Ordnung. Nein, das geht nicht von der Fragezeit ab. Auskauen ist in Ordnung. Wie siehst du die Möglichkeit, die Landesinstanz vom Liquid Feedback in deine tägliche Arbeit als Vorstandsmitglied einzubauen? Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Liquid Feedback Freund bin, weil es ein Werkzeug ist, was ich eigentlich nicht dafür sehe, Abstimmungen tatsächlich in der Basis zu erledigen. Ich möchte das jetzt nicht weiter begründen, sonst fangen wir in der Diskussion über Liquid Feedback an. Als Werkzeug finde ich es gut. Zur Antragsvorbereitung finde ich es wirklich ein sehr sinnvolles Werkzeug, weil man schlicht und ergreifend da nicht so viel diskutiert und eher Anträge schreibt, als darüber zu diskutieren, ob man den Anträgen schreibt und wie man sie schreibt. Also, von daher ein gutes Werkzeug, aber für mich nicht als Abstimmungstool oder als Werkzeug des Vorstands geeignet. Das ist meine Meinung. Ich habe da andere Ideen. Man kann das, glaube ich, im Saarland beobachten. Da gibt es andere Modelle zur ständigen Mitgliederversammlung. So etwas kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das in der Sachsen in Kürze einführen könnten. Okay. Meine Frage, und die betrifft auch alle Folgenden, die können das vielleicht gleich in ihre Vorstellung einbauen. Wirst du als Direktkandidat oder Listenkandidat für die Bundestagswahl antreten? Und wenn ja, wie stehst du zur Trennung von Amt und Mandat? Ich habe, glaube ich, in Osnabrück letztes Jahr gesagt, dass ich für die Bundestag zur Listenwahl nicht kandidieren werde. Dabei bleibe ich ganz klar, das werde ich nicht tun. Das möchte ich nicht. Mein Fokus liegt in Niedersachsen. Womit ich spiele, ist allerdings eine Direktkandidatur unter Umständen, schlicht und ergreifend, weil es eine Menge Spaß macht. Ob ich das aktuell zeitlich leisten kann, weiß ich noch nicht. Das werde ich mir dann zu gegebener Zeit überlegen und mal gucken, wer kandidiert in unserem Bereich. Und dann werde ich das entscheiden. Weitere Fragen? Okay, dann Dankeschön. Felicitas? So, deine Vorstellung bitte. Ja, einige von euch kennen mich bereits als Ottwin-Regel. Aber eigentlich heiße ich Felicitas Steinhoff. Ich wohne seit März, letzten März wieder in Hildesheim, nachdem ich davor acht Jahre im Ausland studiert und gearbeitet habe, in den Vereinigten Staaten und in Marokko. Seit letztem September bin ich Vorsitzende im Hildesheimer Kreisverband und auch stellvertretende Geschäftsführerin in unserer Piratenfraktion im Stadtrat. Was wir da genau machen, das hat Ottwin euch gestern erzählt. Ich nutze meine Redezeit effizient. Nebenbei mache ich etwas bei der AG Presse mit und habe im Vorfeld zur Landtagswahl das Wahlprogramm mitgeschrieben und lektoriert die Bereiche Demokratie, Verstärkung und Energiepolitik. Die letzten vier Monate, also im Vorfeld der Landtagswahl, haben die meisten von euch mich kennengelernt als Koordinatorin der Servicegruppe Wahlprüfsteine. Mein Aufgabenbereich da war es, Arbeitsabläufe zu erstellen, wie man das effizient gestalten könnte, diese Arbeit zu verteilen und ganz laut Mimi zu machen, wenn es nicht geklappt hat oder nicht schnell genug geklappt hat. Es hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben über 100 Fragen und Fragenkataloge beantwortet, auch von einzelnen Bürgern, also auch Privatanfragen zu unserem Programm. Und wenn die Fragenkataloge von Organisationen und Interessengruppen kamen, haben wir diese auch auf dem Wahlportal online veröffentlicht. Wir waren damit der erste Landesverband, der das im Vorfeld einer Landtagswahl so gut hinbekommen hat. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil das bedeutet, dass wir auch eine gute Grundlage zur Bundestagswahl in dem Bereich geschaffen haben. Was mich vor allen Dingen gefreut hat, ist, dass sich da wirklich sehr, sehr viele Piraten beteiligt haben. Also sowohl Basispiraten, die über die Mailingliste des Grauens rekrutiert wurden, es war konstruktiv, als auch ein Team von Direktkandidaten und Listenkandidaten und ein Lektorenteam. Ich möchte mich jetzt auch nochmal ausdrücklich bei Thomas Gansko bedanken, der mir bei der Koordination geholfen hat und möchte auch euch kurz nochmal um Applaus für ihn bitten. Also was ich aus dieser Tätigkeit gelernt habe, ist, dass wir als Piraten wahnsinnig viel, ein wahnsinnig breites Programm geschaffen haben, das sich wirklich sehen lassen kann. Jetzt geht es darum, im Hinblick auf die Bundestagswahl, dies besser zu kommunizieren. Und meine Aufgabe als Beisitzerin würde, habe ich jetzt für mich ganz klar so definiert, dass ich gerne mehr Aktionen sehen möchte, große Aktionen. Und dazu möchte ich vorschlagen, dass der Landesvorstand eine Liquid-Feedback-Initiative anstößt, in der alle Basispiraten Kernthemen vorschlagen können. Dann gibt es eine Abstimmungsphase, in der wir dann am Ende vier Kernthemen rauskommen, dass wir dann jetzt bald anfangen können, dazu vier große Aktionen hier in Niedersachsen zu planen und umzusetzen. Und meine Aufgabe als Beisitzerin würde ich dann ganz klar so definieren, dass ich mir da quasi den Hut aufsetze als Ansprechpartnerin, dass wir das auch vom Vorstand aus delegieren können an Leute, die da Fachwissen haben zu den Themen. Und dass das alles ein bisschen besser läuft, weil ich beim Landtagswahlkampf in der AG Presse, durch die AG Presse ein bisschen mitbekommen habe, dass das durch den Stress und durch die hohe Arbeitsbelastung einzelner Personen, dass das alles sehr spontan geschehen ist und dass wir da wirklich bessere Strukturen schaffen müssen. Ja, ich will aber auch ganz klar sagen, weil das auch gestern Thema war, dass ich zu keinem anderen Amt zur Verfügung stehe. Ich möchte meine Kommunalpolitik, politische Arbeit weiterführen und möchte euch auch sagen, dass ich zur Bundestagsliste kandidieren werde. Wenn das jetzt für euch ein Grund ist, mich nicht zu wählen, hier unten stehen sehr qualifizierte Leute, die auch schon gute Arbeit geleistet haben. Ich werde diesen Vorschlag, also was ich als mögliche Aufgabe eines Beisitzers sehe, jetzt dann auch dem Vorstand so vorschlagen. Dankeschön. Fragen? Weil wir gerade das Problem schon haben und weil wir gerne anfangen würden mit Drucken, da das jetzt schon passiert ist. Ist jemand auf der Liste der Kandidaten, der noch zurücktreten möchte? Weil dann würden wir jetzt die Wahlzettel drucken. Gut, das ist nicht der Fall. Ich wollte nur fragen. Gut, dann Druck bitte. Gut, Fragen an Felicitas? Gut, Dankeschön. Danke. Sandra, bitte. Also ich bin Sandra, ich bin bis jetzt in keinerlei Vorständen aktiv, weil ich aus Gifern komme und wir aus Überzeugung keinen KV haben und demnächst auch nicht bekommen werden. Aber ich habe trotzdem im letzten Jahr in sehr vielen Bereichen mitgearbeitet. Das war einmal thematisch in der AG Bildung, Medienpolitik, Migration hätte ich gerne noch, habe ich leider zeitlich nicht so hinbekommen. Auch im organisatorischen Bereich in der AG Wahlkampf, da war einmal das Reisebüro, wo ich ganz lieben Dank an Gilbert aussprechen muss, weil da wäre ich tierisch untergegangen ohne seine riesige Unterstützung in der ganzen Zeit. Also auch ein Riesenapplaus bitte mal an Gilbert, dass er da ganz arg mitgearbeitet hat. Dann habe ich verschiedene Kleinigkeiten, so spontane Sachen gemacht, wie so ein Fußballflyer für die Aktionen 12.12., wo wir dann innerhalb von drei Tagen in Braunschweig und Wolfsburg nochmal ganz kräftig flyern konnten, das Creditsystem und was sonst noch so spontan anfiel. Dann habe ich noch in der AG Kandidat Anfang letztes Jahres mitgemacht. Da haben wir bei den Aufstellungsversammlungen der Direktkandidaten unterstützt und haben denen geholfen, welche Vorbereitungen sie machen müssen, was sie alles beachten müssen. Wir haben verschiedene Rhetorikseminare durchgeführt für Direktkandidaten und auch für die Listenkandidaten. Eines der riesengroßten Punkte war die redaktionelle Überarbeitung. Da hatten wir ungefähr zehn Tage Zeit, um aus sämtlichen Anträgen ein vernünftiges Wahlprogramm zu schreiben. Das war auch so einer der Punkte, wo ich bei den ganzen Trollangriffen des letzten Jahres gemerkt habe, wie toll das doch ist, Pirat zu sein, weil über 20 Leute wirklich teilweise rund um die Uhr bereitstanden, um Texte zu schreiben, zu lektorieren und sonstiges. Es war einfach eine ganz klasse Erfahrung zu sehen, dass das wirklich funktioniert. Und dann habe ich natürlich bei uns in Gifhorn auch an verschiedenen Kleinigkeiten oder sonstigen Sachen, was halt anfiel, mitgearbeitet. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir in Gifhorn keinen KV haben, weil wir davon überzeugt sind, dass das nicht notwendig ist und dass ich auch sehr viele Sachen gemacht habe, ohne ein Amt zu haben, weil ich es halt sehr gut bei den Piraten finde, dass man kein Amt braucht, um aktiv zu sein. Man kann einfach was mitmachen. Aber mir sind halt in den letzten Jahren einige Punkte aufgefallen, wo ich sage, die müssen behoben werden und die sind aus dem La-Voraus, denke ich, leichter zu beheben. Das eine ist ein Kommunikationsproblem, was immer noch besteht. Bei der Arbeit von der AG Kandidat hatten wir echte Schwierigkeiten, wirklich in allen Regionen KVs die Ansprechpartner zu finden. Ich habe mit Leuten gesprochen, die im KV-Vorstand waren und sagen, die lesen nicht mal die Vorständeliste, weil ihnen das zu stressig ist, weil es von oben aufgedrückt ist oder sonstiges, ähnliche Argumentationen. Das heißt, mit den jetzigen Strukturen erreichen wir einfach nicht alle Verbände, die irgendwo in Niedersachsen vorhanden sind. Und das erschwert die Arbeit natürlich extrem. Und deshalb würde ich gerne gemeinsam mit allen KVs ein Kommunikationskonzept erarbeiten. Das heißt, dass alle daran mitarbeiten, sagen, was sie wollen und das dann zum Schluss festnageln, dass es auch für alle dann gilt. Also nicht so vom Vorstand aus, wir wollen das so und so machen, wir machen jetzt eine Marina, wir machen eine Vorständeliste, nimmt es und dann ist es so, sondern wirklich was, wo alle sagen, ja, da können wir mit leben. Und das natürlich dann an spätere KV-Vorstände weitervermitteln. Also festhalten, wie ist es und dass jeder neue KV oder jeder neue Vorstand auch direkt informiert wird, so läuft es, damit sie wissen, was funktioniert. Bei der programmatischen Arbeit hatten wir das Problem, wir haben es aktuell so, dass wir ein Parteiprogramm haben, ein Wahlprogramm haben, wir haben nirgends definiert, was kommt in das Parteiprogramm, wir haben nirgends definiert, was kommt in das Wahlprogramm. Ich habe es teilweise erlebt, dass Anträge für das Parteiprogramm spontan ins Wahlprogramm neu beantragt wurden, weil die Zweidrittelmehrheit nicht kam. Und das Problem, was wir dadurch hatten bei der redaktionellen Überarbeitung, war dann halt, wir hatten im Parteiprogramm Punkte drinstehen, wie Studiengebühren abschaffen, was meiner Meinung nach nicht in ein Parteiprogramm reingehört, sondern in ein Wahlprogramm. In ein Parteiprogramm gehören langfristige Ziele und Ideen und nicht konkrete Anwendungen. Das heißt, wir brauchen meiner Meinung nach Regeln, was kommt wie wo rein und dementsprechend muss das gearbeitet werden. Deshalb finde ich es auch sehr gut, dass gestern dieser Antrag mit der Antragsfrist angenommen wurde. Das ist dann der erste Schritt. Und da muss halt geguckt werden, in welche Richtung müssen die Anträge dann sein, damit so eine Aktion wie dieses Wahlprogramm Schreiben in zehn Tagen nicht nochmal stattfindet. Und dann noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Es waren im letzten Jahr sehr, sehr viele gute Ideen, die ich über das Jahr gehört habe, zum Beispiel die thematischen Parteiprogramm, die Tage der politischen Arbeit oder ähnliches, die aber leider wahrscheinlich aufgrund dieser ganzen AV-Sache hinten runtergefallen sind. Aber ich hatte halt auch das Gefühl, dass viele gute Ideen einfach vergessen wurden. Das heißt, es war niemand da, der gesagt hat, ey, vor zwei Monaten hattest du doch eine tolle Idee. Was ist daraus geworden? Also jemand, der irgendwie die Übersicht behält und sagt, Sandra, danke. Ganz kurz eine Frage. Du siehst den Bildschirm nicht vom Rednerpult, oder? Okay. Dann für alle Kandidaten, die sich vorstellen, wenn ihr immer mal irgendwie da hoch oder zu mir guckt, habe ich die Möglichkeit, euch mitzuteilen, dass ihr nicht mehr viel Zeit habt im Zweifelsfall. So, Fragen bitte. Zu Beginn deiner Vorstellung hast du aufgezählt, dass man auch ohne Vorstandsamt sehr gute Arbeit leisten kann. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, warum du jetzt im Vorstand bessere Arbeit machen würdest, als im Sekretariat oder in Form von Beauftragung. Vielleicht kannst du das nochmal in einem Satz einfach zusammenfassen. Vielen Dank. Ich sage nicht bessere, sondern andere Arbeit. Die drei Punkte, die ich gerade zum Schluss genannt habe, das sind einfach Punkte, wo ich sage, das kann man aus dem Vorstand heraus besser strukturieren. Das sind ja neue Strukturen, die eingeführt werden und das geht besser vom Vorstand aus, als aufgrund einer Beauftragung, weil ich dann mehr Rückhalt von allen habe und nicht nur vom Vorstand dann beauftragt worden bin, Strukturen zu entwickeln. Okay. Vielleicht habe ich es überhört, auch an dich die Frage. Willst du kandidieren? Ich bin Italienerin, die Frage stellt sich bei mir nicht. Oh, Entschuldigung. Alles klar, okay. Wie stehst du denn grundsätzlich zur Trennung von Amten und Mandat? Das kannst du ja trotzdem beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, da sich bei mir die Frage einfach aufgrund meiner Nationalität nicht stellt, habe ich da einfach nicht drüber nachgedacht. Das ist bei mir einfach so der Fall. Ich darf nicht wählen für eine AV, also stellt sich die Frage für mich. Also ich darf auch bei einer AV nicht wählen, die Frage stellt sich bei mir nicht. Gut, Dankeschön. Siegfried, bitte. Hallo, Pera. Ich möchte ein neues Programm vorstellen. Mein Name ist Siegfried Zabloski aus dem Großraum Hannover-Wenemal. Artikel 3 Grundgesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Leider ist es nicht immer der Fall. Ich als Pirat weise darauf hin. Zum Beispiel die Reform der Pflegeversicherung. Hier wird zwischen angestellten Arbeiter eine Ausnahme gemacht. Der Angestellte oder Beamte bekommt einen Zuschuss bei einem Pflegefall. Während der Arbeiter leer ausgeht. Arbeiter müssen auch vom Staat einen vollen Ausgleich bekommen. Denn er hat durch Fleiß und Wohlstand beigetragen. Jetzt ist es raus. Der Bund hat im vergangenen Jahr eine Rekordsteuereinnahme verzeichnet. Trotzdem hat Deutschland 2,5 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Für neue Reformen der Pflegeversicherung gibt es keinen Finanzausgleich. Hätte der Staat die Renten nicht halbiert, wäre man in der Lage gewesen, die Pflege zu bezahlen. Aus diesem Grund muss der Staat für die folgenden Kosten der Pflege aufkommen. Und einen Teil der halbierten Renten zurückzubezahlen. Denn er hat durch Fleiß zum Wohlstand beigetragen. Ich bedanke mich. Ich möchte ganz gerne auch das zur Abstimmung bringen. Dieses, was ich eben vorgetan habe. Nein, das geht jetzt nicht. Wer dafür ist oder dagegen ist. Du möchtest jetzt ein Meinungsbild über das machen, was du gerade... Das kannst du während deiner Kandidatenvorstellung nicht machen. Meinungsbilder kannst du erst später wieder einreichen. Also ich habe was vorgetragen und ich bin dafür, dass das durchgeführt wird. Ja, du kannst dafür sein, das geht aber nicht. Bitte nehmt die Karten runter. Fragen bitte. Habt ihr Fragen an den Kandidaten? Da kommt jemand. Muss wohl doch 17 Mal hierher kommen. Wie bitte? Muss wohl doch 17 Mal hierher kommen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die Kandidaten von vornherein auf die Frage eingehen, ob sie denn für die Bundestagswahl auch kandidieren möchten. Ja, natürlich, wenn ich das Gesetz kann einbringen, sonst nicht. Ich bin da, ich will mir vollständig dafür einsetzen, dass ältere Leute, wenn sie denn einen Pflegefall sehen, vom Staat unterhalten werden und nicht, dass die Kinder das übernehmen. Ich glaube, die Frage war anders gemein. Siegfried, es geht darum, möchtest du auch für die Bundestagswahl kandidieren, auch wenn du hier jetzt in den Vorstand zu wählen bist? Doch, ich will die Mente antreten. Okay, alles klar, danke. So, ich bedanke mich. Moment, da ist noch ein Fragesteller, da ist noch ein Fragesteller. Gut, jetzt wirklich danke. Jetzt ist keiner mehr da. Danke. Dankeschön. Dann holen wir. Geh hin. Jessica, bitte. So, hallo erst mal. Schön, dass Sie alle noch da sind. Mein Name ist Jessica Tefer. Ich war Beisitzer im letzten Landesvorstand und kandidiere diesmal wieder. Ich sage es gleich vorweg, ich kandidiere für gar nichts anderes, weder im Kreisvorstand noch auf Bundesebene. Ich bin nicht als Direktkandidat, sondern das ist meine einzige Kandidatur und ich bin eigentlich auch meistens diejenige, die als einzige die Ämterhäufung nämlich hier ablehnt, wenn wir das nachher noch abstimmen. Ja, was kann ich sagen, was ich gemacht habe? Ich habe geholfen beim Aufbau des Sekretariats. Da ist dringender Handlungsbedarf. Da sind wir auch schon so weit, dass wir Empfehlungen an den neuen Vorstand zusammengefasst haben. Das würde ich gerne weiter betreuen als Beisitzer. Ich habe die AG Event mit unterstützt, die ist aber jetzt ganz gut eigenständig und hat da zwei gute Koordinatoren. Auch nochmal danke, auch an die AG Technik, die läuft nämlich auch mittlerweile sehr gut. Das waren mehr oder weniger die Hauptaufgaben. Schwerpunkt oder was ein bisschen schade ist, was ich nicht geschafft habe, war die AG Betreuung. Durch die ganzen Aufstellungsversammlungen fehlte da einfach die Zeit. Wir haben es geschafft, nur eine Koordinatorenkonferenz zu machen. Das würde ich gerne wieder in den Vordergrund rücken, dass auch da mehr gezeigt wird, was die AGs letztendlich machen. Das ist so ein Punkt, den ich mir dann auf den Hut schreiben würde und sage, da würde ich gerne ein bisschen Zeit investieren. Das war es erstmal. Gibt es Fragen? Generell, es wäre total toll, wenn ihr schon so während die Leute sich vorstellen Richtung Mikro lauft. Danke. Ich wollte nicht ohnehöflich sein und nicht stören. Jessica, du hast als Beisitzerin in deiner letzten Amtszeit eine Liquid-Feedback-Initiative gestellt, als es um die Facebook-Seite ging, die die Piraten weiter betreiben sollten oder nicht. Könntest du dir vorstellen, genau so etwas häufiger zu machen, zum Beispiel generell Vorstandsbeschlüsse vorher im Liquid-Feedback zu behandeln? Ja, kann ich auf jeden Fall, weil ich das eigentlich auch sehr wichtig finde, dass wir das Liquid-Feedback mehr benutzen. Wir müssen nur einfach Richtlinien finden, was für Anträge oder was für Themen man über das Liquid abstimmen kann. Da muss es eine Richtlinie geben, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die und die Sachen zu behandeln. Ist das was, was man grundsätzlich erstmal ins Liquid kippt? Also das muss irgendwo vorher geklärt sein, dass man nicht so wahllos sagt, das nehmen wir mal dafür und das nicht. Danke. Bitte. Welche persönlichen Lehren hast du aus der Wahlkampfzeit gewonnen, gerade bei der Organisation und in der Zusammenarbeit mit der SGAG Wahlkampf? Welche persönlichen Lehren? Dass man, also es nicht alles so rund läuft und man viele Zusagen bekommt, viele Leute, die Zusagen leider nicht einhalten und wenn man nicht dahinterher ist, einige Sachen nicht so gut laufen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man möchte natürlich nicht als Vorstandsmitglied jeden Einzelnen ständig wieder anfragen, hat man das gemacht, aber es scheint momentan leider noch so zu sein. Ich würde die ganze SGAG Wahlkampf komplett umstrukturieren. Sie hat sich ja auch umstrukturiert. Während des Wahlkampfs mussten wir die AG Wahlkampf in die SGA Wahlkampf ja umfunktionieren. Dann hat es auch besser geklappt. Das hätte viel früher passieren müssen. Das war schade, dass wir da viel Zeit auch verloren haben. Kann ich dich so verstehen, dass du die Zukunft siehst, wie die SGA Wahlkampf zuletzt gearbeitet hast oder siehst du die Zukunft da drin, dass wir wieder eine offene Wahlkampf AG aufmachen werden? Also es liegt natürlich auch mit dran an den Leuten, die da überhaupt mitarbeiten wollen. Die sollen sich natürlich schon selber auch organisieren und gucken an dem Entstehungsprozess, wie die SG oder AG Wahlkampf, wie es nachher sein soll, sollen sie schon auch aktiv daran beteiligt sein. Ich möchte da jetzt nicht vom Vorstand sagen, ihr müsst das jetzt so oder so machen. Also da ist natürlich auch die Basis gefragt, wie sie sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob man da so fest sagen kann, es gibt bestimmte Richtlinien, so muss das laufen und nicht anders. Du hättest jetzt auch noch eine stellen können. War ja keiner mehr außer dem Mikro. Ich fand ehrlich gesagt deine Antwort sehr diplomatisch, aber nicht konkret ansprechend. Das Problem lag ja etwas tiefer und das ist dir persönlich sicherlich auch bekannt. Möchtest du das beantworten und musst du nicht beantworten? Nein, das möchte ich nicht weiter beantworten. Okay, danke. Okay, keine weiteren Fragen stelle. Danke für die Vorstellung. Und dann jetzt der Jan Siekas, bitte. Ja, hallo, ich bin Jan Siekas, 44 Jahre alt, komme aus dem Kreisverband Osnabrück. Bin seit einem Jahr Pirat, seit anderthalb Jahren Pirat und arbeite bisher in der AG Event mit. Damit habe ich auch angefangen. Letztes Jahr im Januar, den Parteitag in Osnabrück, den habe ich technisch begleitet. Dann bin ich seit März im Vorstand Osnabrücks, zuerst als Beisitzer, wo ich mir die Pressearbeit ein bisschen vorgenommen habe und angefangen habe, aufzubauen neu. Dann durch den Rücktritt von Kevin, weil der sich eben dem Wahlkampf widmen wollte, bin ich zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Dieses Amt habe ich auch noch inne und falls ich von euch gewählt werde, sieht die Satzung ohnehin vor, dass wir einen Parteitag machen, um einen neuen Vorstand zu wählen, bei dem ich, sollte ich gewählt werden, nicht wieder antrete. Dennoch, ich bin gegen Ämterhäufung und würde dann mein Mandat an der Stelle freigeben. Mein Schwerpunkt ist, es steht schon drauf, wir haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, ein neues Betriebssystem zu etablieren in der deutschen Politik. Wir müssen aber wirklich bei uns anfangen. Unser Betriebssystem ist im Augenblick gestört und ich möchte das ändern. Ich möchte im Vorstand mitarbeiten, um den Fokus stärker auf unsere Kernkompetenzen zu legen und auch dafür zu sorgen, dass unsere parteiinterne Kommunikation vernünftig funktioniert. Das heißt, die Kreisverbände untereinander müssen stärker miteinander kommunizieren. Wir müssen auch stärker, meiner Meinung nach, eingebunden werden, was die Kommunikation zwischen den Verbänden auf der gleichen Ebene, genauso wie von oben nach unten, von unten nach oben, ist verbesserungsfähig. Und an der Stelle möchte ich gerne ansetzen. Jetzt möchte ich die Zeit aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen, darum einfach her mit den Fragen. Ja, ja, leg los. Das ist auch an dich die Frage, welche Möglichkeiten du siehst, die Liquid-Feedback-Landesinstanz in die Vorstandsarbeit zu integrieren. Ja, also ich sehe Liquid-Feedback als reines Meinungsfindungstool, finde ich das Ding super. Es gab eine Initiative bei uns in Osnabrück, dass Liquid-Feedback-Ergebnisse bindend für den Verband sein sollen oder für den Vorstand sein sollen. Das lehne ich aber ab, denn es ist ein Meinungsfindungstool, das finde ich gut. Daran kann man super Modelle weiterentwickeln, aber eine Entscheidung ist damit eigentlich nicht herzuführen. Dafür gibt es in Zukunft nicht mehr den Kreis-Parteitag, sondern die Mitgliederversammlung und das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz, um die Frage noch abschließend zu beantworten, Liquid-Feedback sollte eine stärkere Rolle spielen bei der Meinungsfindung und bei der Ermittlung der Meinung der Basis. Wie wichtig ist dir der Kontakt zur Presse? Wie wichtig ist die Außendarstellung für dich? Müssten wir als Piraten Niedersachsen dort mehr aktiv werden? Würdest du das mit übernehmen? Also ich habe ja, habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, ich war sowohl Listen- als auch Direktkandidat für, ich war Listen-Kandidat auf Platz 22 und Direktkandidat für den Wahlkreis 77 Osnabrück-Ost. Und habe parallel dazu, weil es zeitlich gerade gleich auf war, auch noch für ein Bürgermeisteramt kandidiert. Dazu gleich zu sagen, sowas mache ich nie wieder, das war einfach viel zu viel Arbeit. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht und es hat vor allem mir eins gezeigt, wenn man die Piratenwerte, vor allem die Kernthemen, nach außen kommuniziert, dann wird man auch ernst genommen. Es gab sehr, sehr viele Presseartikel über mich und meine Arbeit und auch über mich als Kandidaten. Und mal abgesehen von einem Ausrutscher, waren die alle durchweg positiv. Und ich denke, wenn wir mit einem vernünftigen, sachorientierten Auftritt der Presse gegenüber treten, dann kann man davon ausgehen, dass wir auch eine breite Masse von unserer Arbeit überzeugen können und auch von unseren Idealen. Danke, deine Zeit ist abgelaufen. Okay, noch jemand eine Frage? Gut, dann danke für deine Vorstellung. Der Uwe, bitte. Kann losgehen. Kann losgehen, deine fünf Minuten laufen. Gleiche noch wie vorhin, Uwe Elixen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, liegt mir die Mitgliederverwaltung sehr am Herzen. Ich habe erkannt, dass es notwendig ist, ein einheitliches System zu finden. Das fängt beim KV an und hört beim Bund auf, um dort effektiv arbeiten zu können. Es geht mir nicht einzig und allein darum, Mitglieder zu verwalten, sondern auch Mitglieder zu betreuen. Dazu gehört es, ein Neumitglied von Anfang an in die Arbeit, in die Arbeitsmöglichkeiten, die die Piratenpartei bietet, da zu begleiten. Das sehe ich als meine Aufgabe und ich hoffe, dass das im Vorstand als Beisitzer möglich ist. Danke. Die Betreuung von Neumitgliedern sollte ja eigentlich eher so in den Kreisverbänden, Stadtverbänden sein. Wie siehst du das? Richtig. Dazu gehört es aber, dass wir auch vom Landesverband mit den Kreisverbänden, also mit in die Untergliederung zusammengearbeitet werden. Dass keiner allein gelassen wird, dass wirklich eine Zusammenarbeit notwendig ist. Okay, du weißt, welche Frage kommt. Ich vermute es. Ja gut, dann kannst du gleich darauf antworten. Also die Frage, ob du auch für den Bundestag kandidieren möchtest, auf der Liste. Nein, 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 nein. Kommt nicht in Frage für politische Ämter. Meine Stärke liegt, denke ich, in der Verwaltung und da sollte ich bei bleiben. Wie bist du eingestellt, was die Trennung von Amt und Mandat angeht? Muss jeder selber entscheiden, wie er es arbeitzeitlich hinkriegt. Es kommt auf die Ämter an. Das ist unterschiedlich. Okay, danke. Auch an dich die Liquidfrage. Welche Möglichkeiten siehst du das in deiner Arbeit im Vorstand zu integrieren? Als Meinungsfindungstool, wie es allgemein jetzt auch schon gesagt wurde, optimal als Entscheidung für definitive Entscheidungen zu treffen, sehe ich es nicht als geeignet. Zurzeit jeweils noch nicht mit den Voraussetzungen, die jetzt dort sind. Da kommt noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich weiß, also regelrecht habe ich ja, ne? Ich wollte fragen, was du zu dem Umstand sagst, dass gerade die Schatzmeister immer bei der Akkreditierung anwesend sein müssen und wie du gedenkst, das zu ändern, wenn du in der Mitgliederversammlung, in der Mitgliederverwaltung arbeiten willst. Das wird nicht erforderlich sein, wenn mit einem System gearbeitet wird. Gut, danke Uwe. Jetzt der Rolf Tischler bitte, Tischler. Ja, hallo, ich bin Rolf Tischler, bin 50 Jahre alt und seit 2009 vor der Bundestagswahl in der Piratenpartei. Ich habe seitdem in der Zeit, in der mitbegründet, den Kreisverband der Heidepiraten. Seit letztem Jahr plage ich mich auch mit der Kommunalpolitik rum. Und da jetzt ja auch Bundestagswahlen anstehen und ich mir dachte, dass der Landesvorstand jede Menge Hilfe braucht, habe ich mir gedacht, dann stelle ich mich hier zur Wahl, da ich auch im Kreisverband im Moment nichts mehr mache. Das war es auch schon. Fragen? Fragen? Ich bitte nochmal darum, dass ihr euch schon während der Vorstellungen anfangt, Richtung Mikro zu bewegen. Hallo, du sagtest, dass du dich nicht mal engagierst im KV. Da ist eben die Frage aufgetaucht, ob du das ein bisschen näher erklären könntest. Es ist ganz einfach so, dass ich für andere Sachen mehr Zeit haben wollte. Und die mehr Zeit will ich jetzt zum Beispiel hier einbringen. Vielen Dank. Andere Kandidaten haben genannt, wo sie so ihre persönlichen Schwerpunkte als Beisitzer sehen würden. Wo siehst du deinen? Meinen Schwerpunkt sehe ich eigentlich im Bereich der Unterstützung für die aktiven Kommunalpolitiker. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du deine Aktivitäten auf der kommunalen Ebene oder im Kreisverband einschränkst, weil du in den Landesvorstand möchtest? Ich habe die Arbeiten im Kreisverband, bei uns im Kreis, habe ich das Amt zum Beispiel nicht mehr angetreten, weil ich gesagt habe, ich möchte Zeit für andere Sachen haben. Und genau so. Gut, dann danke für deine Vorstellung. Jetzt der Martin, bitte. Ja, moin moin. Mein Name ist Martin Ried, ich bin 47, ich bin Physiker, IT-Experte, habe viele Jahre im Marketing gearbeitet, als Coach auch, viele Jahre als Dozent. In der Piratenpartei bin ich seit 2009, habe dort den KV Göttingen mitgegründet, bin seit 2011 dort im Rat der Stadt Göttingen als Fraktionsvorsitzender für die Piraten, äußerst aktiv, mache sehr viel Kommunalpolitik, habe dort sehr viel, also ich habe mich zum Beispiel aus dem Wahlkampflandes Niedersachsen weitgehend rausgehalten, habe dort gesagt, einfach ich möchte viel Kommunalpolitik machen, das ist auch mein Schwerpunkt, den ich in den Landesvorstand bringen möchte. Ich möchte die Kommunalpiraten, die es einfach in Niedersachsen gibt, so vernetzen, dass wir nicht alle Anträge und Anfragen doppelt stellen, sondern dass wir praktisch uns dort, wenn ein Antrag irgendwo gestellt wurde, oder möchte ich praktisch als Anlaufstelle im Vorstand irgendwie fungieren, die Wiki-Seiten, die kommunalpiraten.de-Seite und alles sowas praktisch synchronisieren, dass wir nicht teilweise Seiten im Wiki stehen haben, die von 2010 das letzte Mal aktualisiert wurden, dass wir AGs haben, die sich als aktiv für Kommunalpiraten irgendwie bezeichnen, aber dann praktisch nichts passiert, eben auch letzte Beiträge aus 2010 da sind. Ich möchte die Kommunikation vom Landesvorstand aus runter in die ganzen Kommunen, Kommunen in die Kommunalräte zu den Mandatsträgern bringen, aber auch Hochrichtung auf Bundesebene praktisch wiederum runter zu den Kommunalpiraten in anderen Bundesländern. Ich möchte Kommunikation auch zur PPI weiter ausbauen, in dem Sinne halt praktisch, dass wir sagen, wir haben verschiedene Kernziele, die einfach, die unabhängig davon sind, ob sie jetzt tatsächlich in Göttingen, in Osnabrück oder eben auch in München gestellt werden, können sie auch eventuell tatsächlich, können wir davon profitieren, dass solche Kernthemen nämlich eben nicht lokal, regional gebunden sind, aber letztendlich eben regional umgesetzt werden müssen. Ich habe ungefähr diese Frage bei der letzten Kandidatur des Landesvorstandes an alle Beisitzer gestellt. Wer möchte den Schwerpunkt Kommunalpolitik im Landesvorstand vertreten? Da waren, glaube ich, ungefähr gleich viele Leute da und alle haben gesagt, nö, ist nicht mein Ding. Und ich vertrete, also ich komme auch aus dem Hintergrund vom Chaos Computer Club und kenne da praktisch so die Sache, nicht kritisieren, sondern selber besser machen. Und deswegen trete ich hier praktisch heute mit diesem Schwerpunkt an und sage, ich möchte nicht kritisieren, dass der Landesvorstand sich darüber nicht gekümmert hat die letzten Jahre, sondern ich möchte das halt jetzt einfach selber besser machen. Mein Kernthemen-Schwerpunkt ist vielleicht die Abgrenzung zwischen dem großen Wunsch, Transparenz in der Politik überall umzusetzen, auch Transparenz bei uns in der Partei umzusetzen, die aber doch an einigen Stellen, nämlich bei dem Bereich Datenschutz, auch an Grenzen stößt. Was ich oftmals ein bisschen vermisse, dass doch Transparenz in solche Bereiche reingeht, wo dann eben doch einfach Datenschutz das höhere Gut ist. Und im Zweifel bin ich tatsächlich für Datenschutz. Um der Frage, die vielleicht gleich kommen wird, vorzugreifen, ich kandidiere nicht für die Bundestagswahl. In irgendeiner fernen Zukunft überlege ich mal für Europa zu kandidieren, aber das ist auch nicht mein direkter nächster Part. Aber ich interessiere mich auf jeden Fall für PPE Worldwide und möchte da einfach auch auf der Weise auch Vernetzung machen, aber lieber erst mal im kleinen Bereich anfangen. Für Leute, die meinen Namen nicht kennen, haben vielleicht schon verschiedene Sachen gelesen seit, was weiß ich, 20 Jahren oder sowas, unterschreibe ich alles, was ich immer sage. Ich sage 42. Das haben vielleicht schon einige Leute gelesen, die sich an den Namen nicht erinnern, die sich dann immer wieder fragen, was soll die 42 da? Deswegen steht die da. Ja, das wäre das, was ich dazu sagen würde. Dann wäre frei für Zeit für Fragen. Ganz kurz ein Hinweis für alle, die sich vorstellen. Der Pascal hat gerade die wunderbare Idee entwickelt, dort hinten die Zeit hochzuzeigen, die ihr noch habt. Das heißt, während ihr ins Publikum guckt, könnt ihr jetzt auch sehen, wie viel noch übrig ist. So. Frage bitte. Ja, okay. Applaus für Pascal. Danke für den Applaus, aber die Idee war von Jürgen Stemke. Applaus für ihn auch nochmal. Gut, Fragen bitte. Okay, meine erste bezieht sich direkt auf deine Rede und dann stelle ich mich auch wieder an. Du hast gesagt, von wegen Wiki-Seiten, auf die du in irgendeiner Form Einfluss nehmen möchtest, ich weiß jetzt nicht, ob du tatsächlich die Wiki-Seiten meintest oder die Seiten der einzelnen KVs, das Problem wäre das gleiche, meintest du es privat. Wie meinst du da in irgendeiner Form Einfluss nehmen zu können? Also ich meine nicht die Seiten, die privat von irgendwem sind, sondern ich meine zum Beispiel Piratenpartei Wiki und dort habe ich teilweise versucht mitzuarbeiten und dort habe ich gesehen, dass teilweise Sachen wieder zurückgesetzt werden von Admins oder sowas. Ich habe nicht vor, irgendwelche privaten Seiten zu beeinflussen. Es gibt zum Beispiel, da würde ich sagen, kommunalpiraten.de würde ich als private Seite ansehen. Deswegen hat da zum Beispiel auch Anlaufschwierigkeiten gegeben. Der, der die betreibt, hat sehr, sehr viel private Arbeit reingesteckt. Das ist eine wunderbare Seite. Er hat aber tatsächlich so gewisse offizielle Probleme, aber die Wiki-Seiten, die ich kenne, sind tatsächlich durch die Bank veraltet und gehirnaktualisiert. Und da möchte ich das dann auch mit dem Rückhalt praktisch das aus dem Vorstand heraus machen zu können. Warum meinst du, ist es notwendig, dass du im Vorstand bist, um diese Arbeit zu erledigen? Oder warum ist diese Arbeit schlechter oder gar nicht möglich, wenn du nicht im Vorstand bist? Und im letzten Jahr, während du nicht im Vorstand warst, was hast du da schon für dieses Thema getan? Also ich glaube, dass das nicht von zum Beispiel von den Kommunalfunktionen heraus funktioniert, weil wir es bereits direkt nach Antritt meiner Amtszeit, habe ich es zum Beispiel versucht. Wir haben dort in Göttingen den Zukunftsvertrag abgeschlossen. Da haben wir versucht, praktisch mit allen anderen Mandatsträgern die in Erfahrung zu bringen. Wie ist denn das eigentlich? Habt ihr zum Zukunftsvertrag Papers? Habt ihr die Anträge vorliegen? Und der Rücklauf ist ganz mies gewesen. Es gibt die Liste, die Mailing-Liste der Kommunalpiraten. Dort habe ich einige Male was draufgeschrieben. Die Resonanz ist nahe Null. Die Niedersachsen-Liste ist, sage ich mal, inhaltlich nicht aktiv. Da wird viel geschwatzt, aber nicht aktiv gearbeitet. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich aus der Funktion heraus, ich bin Fraktionsvorsitzender in Göttingen, ich möchte gerne von euch Anfragen oder Anträge verwalten und dann andere Leute schicken, dass da doch viel persönliche Vorbehalte sind, praktisch die Dinger hin und herzuschicken, was ich glaube, was aus der Position heraus, dass Landesvorstand es mir sehr viel Hürden nehmen wird, weil es doch eine offiziellere Position ist. Gerade noch. Die eigentliche Nachfrage wäre jetzt gewesen, warum glaubst du aus dem Vorstand, dass es besser wird? Das heißt, wir sind im Halbsatz noch getan. Zu diesem Halbsatz aber, glaubst du, dass unsere Kommunalpiraten anders mit dir umgehen, weil du ein Vorstandsmitglied bist? Ja. Zweite Frage darf ich ja. Ist auch eine, die ich eigentlich schon viel früher allen anderen Kandidaten hätte stellen müssen, von daher bitte ich auch, die nachfolgenden Kandidaten noch darauf einzugehen. Ich hatte gestern mal das Thema Nachwuchsförderung im Sinne von Neupiraten, Förderung, Einbringung in die Strukturen der Partei herausfinden, was sind deren Möglichkeiten, sich einzubringen, etc. pp. angesprochen. Könntest du dir vorstellen, dieses Konzept mit auszuarbeiten und zu vertreten? Ich habe dich irgendwo inhaltlich verloren. Kannst du die Frage mir nochmal irgendwie anders stellen? Was hältst du von einer strukturierten Nachwuchsförderung bei den Piraten? Ja, finde ich total toll. Ich habe in, ich meine, du hast vorhin, glaube ich, die Frage schon mal ähnlich irgendwo gestellt. Du hast dir dabei extra abgegrenzt, dass du nicht die Juppies meinst. Ich habe bei uns in Göttingen im KV versucht, die Juppies anzubringen. Ich bin auch der Meinung, wir sollten auch Nachwuchsförderung zum Beispiel an der Uni betreiben oder sowas. Das heißt, ich stehe dahinter, versuche das zu machen. Scheitere bisher daran, dass ich meine Prioritäten auf die Kommunalarbeit gelegt habe und da dann tatsächlich, ich stehe dahinter, aber es wird nicht mein Schwerpunkt sein. Okay, danke schön. Meinhard, bitte. Ja, mit der Vorstellung ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ich war ja drei Jahre jetzt euer Schatzmeister und die letzten zehn Monate rund um die Uhr Pirat. Und nach dem 20. Januar bin ich da irgendwie so in ein Loch gefallen und habe gedacht, jetzt gar nicht mehr Piraten, das ist ja irgendwie ganz komisch. Aber dann hatte ich ja zum Glück ganz viel Arbeit mit dem Abschluss der Schatzmeisterarbeit, also den Jahresabschluss und insofern konnte ich da voll weiter dabei bleiben. Und ich würde gerne weiter Verantwortung tragen im Vorstand, also mit diesem Schwerpunkt Wort, denn ich glaube, das kann man eben auf eine ganz andere Weise, wenn man im Vorstand tätig ist. Ich möchte einen Schwerpunkt mir aussuchen, der in Zusammenarbeit mit der Presseabteilung heißt, externe Kommunikation. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren da einfach vieles versäumt haben, was wir hätten besser machen können. Und wir haben in den letzten Monaten einfach viele Kontakte aufgebaut, die eben durchaus auch sehr direkt mit der Kandidatur damals zusammenhingen und ich würde die gerne weiter pflegen, natürlich mit der AG Presse zusammen, damit wir vielleicht eine bessere Kommunikationsebene mit der Presse finden, als wir es bisher haben. Liquid Feedback ist für mich ein interessantes und wichtiges Tool. Ich glaube aber, es muss eben deutlich mit Leben erfüllt werden. Ich sehe es auch als Meinungsbildungsinstrument an, aber ich merke, dass es auf der kommunalen Ebene leider überhaupt nicht funktioniert und bisher in Göttingen und auf Landesebene würde ich es eben dort einsetzen, wo eben eine Meinung zu erfragen ist. Und ich würde es am liebsten so öffnen, dass nicht nur Mitglieder daran teilnehmen können, sondern alle, die interessiert sind, an der Politik mitzuwirken. Kandidatur. Ich habe meinen Schwerpunkt in der letzten Zeit immer auf Landespolitik gehabt und Bildung war mein Schwerpunkt. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich die Anfragen, die es gegeben hat, ob ich für den Bundestag kandidiere, ob ich mir sowas zutraue, ob ich sowas auch machen kann. Ich muss mich jetzt erst mal um meine berufliche Zukunft wieder kümmern und insofern wird das, wird also eine Kandidaturentscheidung eben erst später fallen und letztendlich hat die Aufstellungsversammlung dann zu entscheiden, ob ich kandidiere oder nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, ansonsten fragt mich einfach. Ja, erstmal finde ich es ganz großartig, dass du hier heute wieder kandidierst, wenn auch nur als Beisitzer, finde ich ganz toll. Ich habe eine Frage, die ich leider vergessen habe, den anderen Kandidaten auch zu stellen, die mir aber ganz heftig unter den Nägeln brennt. Vielleicht ist es aber ganz gut, dass ich da bei dir jetzt mit anfange. Was sind deine Ideen zur Lösung des Problems der Umgangsformen auf der aktiven NDS-Mailingsliste? Ja, die Umgangsformen, ja, wir sind ein bisschen raubeinig grundsätzlich. Das fände ich nicht so schlimm, wenn man sozusagen die Grenze der Gürtellinie oder wie auch immer der Herzenslinie, je nachdem, wie man das sieht, einhalten würde. Also das heißt, den Respekt vor dem anderen nicht verliert. Und ich glaube, dass es letztendlich nur mit einer Moderation funktioniert, die aber ein weites Herz haben sollte. Dankeschön. Meinert, auch an dich als Bildungspolitiker die Frage, Nachwuchsförderung bei der Piratenpartei. Wie stehst du dazu? Ja, das würde ich mir sehr wünschen, dass das geht. Ich glaube, wir brauchen eine intensive politische Bildung, damit sich junge Menschen immer mehr überhaupt dafür interessieren, was die Politik so macht. Denn ich stelle immer wieder fest, dass die Enttäuschung schon im Vorfeld sehr groß ist über das, was in der Politik passiert. Und ich glaube, da können wir nur punkten, wenn wir wirklich auch Themen formulieren, von denen sich junge Leute angesprochen fühlen. Und das meinte ich durchaus mit dem Stichwort, wir müssen eine Politik für das digitale 21. Jahrhundert formulieren. Das heißt etwas, was Jugendlichen wieder eine Perspektive gibt. Und dann werden sich Jugendliche auch wieder für Politik interessieren. Und auch zu uns stoßen, weil sie wissen, dass man nur gemeinsam was erreichen kann. Ich meinte die innerparteiliche Nachwuchsschulung. Ja, dass wir schulen müssen, mit unseren Instrumenten umzugehen. Das ist, glaube ich, allen klar, die in dem Kreisverband aktiv waren und mit neuen Mitgliedern zu tun haben. Ja, das haben wir... Meinhardt, Zeit. Genau. Also wenn noch eine zweite Frage, dann erst quasi wechseln. Okay. Ja, dann mach es doch einfach. Ich habe es verstanden. Meinhardt, mit Kevin, Carsten und Michael haben wir quasi einen Neuanfang im Landesvorstand. Du stehst quasi jetzt noch für den alten Landesvorstand. Warum sollen wir dich jetzt nochmal in den neuen Landesvorstand hineinwählen? Vielleicht einfach in einem Satz. Was geht jetzt anders? Ich glaube, dass ein Neuanfang gut und wichtig ist, aber es bedarf auch Kontinuität. Man muss dort sozusagen aufgreifen, wo man gerade steht. Und ich glaube, dass ich dieses Verbindungsstück durchaus sein kann, weil ich gerade die Kommunikation extern als meinen Schwerpunkt ansehe. Vielen Dank. Gut, danke, Meinhardt. Dann nicht. Dann Helena, bitte. Hallo, ich bin Helena. Ich arbeite in der AG Technik mit und betreue somit die gesamte technische Infrastruktur unseres Landesverbandes. Und ich möchte jetzt auch mein technisches Wissen dem Landesvorstand als Mitglied zur Verfügung stellen. Außerdem habe ich innerhalb der AG Technik auch häufig mit zeitkritischen Arbeiten zu tun, die schnell erledigt werden müssen und auch damit Aufgaben an Leute zu delegieren, die das können. Und das habe ich immer ganz gut hingekriegt. Und deshalb denke ich, dass ich auch gut im Landesvorstand einen Überblick über alle Aufgaben behalten kann und den Leuten, die das machen wollen und können, diese dann zuspielen kann und verhindern kann, dass die Leute zwar wollen, aber nicht arbeiten können. Außerdem möchte ich möglichst viel vom Automatisieren im Landesvorstand, wie wenn jetzt ein Protokoll erstellt wird, dann soll das automatisch auch auf allen Plattformen zur Verfügung stehen, die irgendwie für Leute interessant sind. Und ich möchte auch insofern die Transparenz des Vorstandes erhöhen, als dass ich auch zu Dingen, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht komplett bekannt sind, immer das veröffentliche oder worum es geht, damit immer bekannt ist, dass es etwas gibt, auch wenn das nur Leuten bekannt ist, die eben darin involviert sind. Gut, das war es mit der Vorstellung. Gut, dann die Fragen bitte. Kombination aus Technik und Forschung, da bin ich ja mit meiner Frage schon direkt an der richtigen Stelle und ich weiß, von dir werde ich auch Antworten bekommen. Was sind deine Ideen zur Lösung des Problems mit der aktiven NDS-Mail-Liste? Also meine Ideen kann man im Wiki nachlesen. Die sind ein sonstiger Antrag, wo ich ein Moderationskonzept entwickelt habe, bei dem es darum geht, den Moderatoren bestimmte Dinge zu verbieten, wie inhaltliche Moderationen, sondern nur, wenn wirklich harte Beleidigungen vorhanden sind, die Leute dann auch zu sperren. Und ansonsten setze ich eher darauf, dass die Mailing-Liste von Leuten gelesen wird. Also wir haben in der AG-Technik, entwickeln wir ein Tool, um Beiträge zu bewerten und das über die verschiedenen Plattformen zu synchen und damit jeder, der zum Beispiel Thunderbird oder so benutzt, die Bewertung des Ganzen sieht und dann kann man halt leichter die sinnvollen Beiträge herausfinden und so die Mailing-Liste besser benutzen. Dankeschön. Helena, auch an dich die Frage. Innerparteiliche Nachwuchsförderung, wie stehst du dazu? Könntest du dir vorstellen, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und gegebenenfalls dann auch zu vertreten? Dazu habe ich eine Rückfrage. Meinst du mit Nachwuchs Neumitglieder oder eher jüngere Mitglieder? Nachwuchs ist für mich alles das, was neu in die Partei reinkommt, egal welchen Alters und natürlich auch dann gebunden daran, welche Kenntnisse sie schon mitbringen, wo man vielleicht vertieft noch etwas weiter verfolgen kann. Ja, also die Menschen, die zu uns kommen, die sind natürlich alle verschieden. Es gibt Leute, die kommunizieren gerne persönlich. Für die halte ich es für sinnvoll, dass es Einführungsveranstaltungen in den Kreisverbanden gibt oder die Leute im Kreisverband sich dann mit denen mal beim Stammtisch an eine andere Stelle setzen und denen die Tools erklären. Ansonsten gibt es auch, und wir haben auch schon viele Videos, in denen viele Sachen vorge... ja, erklärt werden. Die sollte man denen auf jeden Fall dann auch bereitstellen und erklären, dass es diese Videos gibt, dass sie das auch selbstständig erarbeiten können, wenn sie das möchten. Entschuldigung, ich halte dich ungern von deiner Frage ab. Am Sekretariat hat sich der Pirat eine kleine Schnittwunde zugezogen. Wenn jemand ein Pflaster hat, möge er bitte mal rübergehen und mitfühlender Weise ihm behilflich sein. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Okay. Ja, das ist ja ein Notfall. Auch an dich die Frage, willst du für die Bundestagswahl kandidieren? Nein, ich werde nicht für die Bundestagswahl kandidieren. Okay, danke. Vielen Dank für deinen Mailing-Listen-Moderationskonzept. Das werden wir bestimmt zu anderer Stelle noch diskutieren. Vielleicht könntest du noch mal in einem Satz zusammenfassen, warum du im Vorstand besser agieren kannst als einfaches Mitglied der AG Technik. Und ja, ein Satz reicht. Im Vorstand habe ich die Informationen des Vorstands direkt in mir und muss nicht als Bittsteller immer versuchen, da ranzukommen, gerade wenn ich die auch nach außen und innen tragen möchte, also vor allen Dingen in die Partei tragen möchte, diese Informationen, geht das einfacher, wenn ich diese Informationen als Vorstandsmitglied auch habe, als immer nachzufragen. Okay, vielen Dank. Okay, danke für deine Vorstellung. So, der Till, bitte. Okay, eine Minute. So, ich hatte ja vorhin schon, ich habe schon für den Zweifel kandidiert, hatte da auch schon angekündigt, dass ich auch für den Beisitzer kandidieren werde, werde mich also nicht noch mal vorstellen. Trotzdem danke für die 65 Personen, die mir das Vertrauen entgegengebracht hätten, den Zweifel zu machen. Ja, ihr könnt euch gerne selbst beklatschen. Genau, deswegen gibt es eigentlich meines Erachtens nur die vier Fragen, die gestellt wurden, die ich beantworten möchte. Zum Liquid Feedback haben wir meines Erachtens ein Henne-Ei-Problem. Das Liquid Feedback hat keinen Einfluss, deswegen nutzt es keiner, deswegen hat es keinen Einfluss, deswegen und so weiter. Ich sehe die Aufgabe des Vorstandes, nicht diesen Einfluss extrem zu erhöhen, indem er jetzt irgendwie eine Satzung irgendwie vorschreibt, wo das drin steht. Ich sehe es aber durchaus so, dass er die einzige Möglichkeit ist, dieses Tool ergebnisoffen zu testen und es auszuprobieren ist, aus diesem Henne-Ei-Teufelskreis auszubrechen. Dazu fände ich zum Beispiel gut, und das würde ich als Vorstand, aber auch als Basispirat machen, einen Tagesordnungsentwurf für den nächsten Programm Parteitag auf Basis der Liquid Feedback Zustimmung vorzuschlagen, einfach nur, um da mal rauszukommen. Vielleicht sieht man ja, ob das was wird. Und auch innerhalb des Landesvorstandes, gerade für eine Geschäftsordnung, die der Landesvorstand sich meines Erachtens geben sollte oder weiter ausarbeiten sollte, auch da kann es gut genutzt werden. Bezüglich neuen Mitglieder, dort hatten wir schon mal einen Anlauf, ich glaube in Nienburg war das, und ich sehe es durchaus so, dass der Vorstand, da werde ich auch selbst hinterstehen, in Zusammenarbeit mit der Basis, beispielsweise auf einem Barcamp, ein Konzept ausarbeiten kann, dann eine Beauftragung vergeben kann, mit jemandem, der dieses Konzept durchführt und der dann Unterstrukturen aufbaut, wie zum Beispiel Scouts oder Paten oder so, je nachdem, was das Konzept vorsieht. Zur Mailingliste sehe ich so, strafrechtlich relevante Äußerungen müssen verfolgt werden und entsprechend geahndet werden. Das ist aber nicht die Aufgabe des Vorstandes, dafür gibt es Gerichte und so. Ansonsten ist es einfach nur ein Medium, ein Diskussionsmedium, und jedem steht frei, es zu benutzen. Ich persönlich benutze es nicht. Und ich möchte auch andere, die sehen, dass es nicht produktiv ist, dazu aufrufen, einfach es nicht zu benutzen, wenn sie mit diesem Umgangston nicht umgehen können oder umgehen wollen. Jetzt hatten wir noch eine Frage. Bundestag, genau. Ich habe weder kurz noch mittelfristig vor irgendeinem Parlament zu gehen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal in Erwägung ziehen, aber garantiert nicht innerhalb des nächsten Jahres. Ansonsten Fragen gerne stellen jetzt. Ihr habt es gehört, Fragen? Ja, wo du die eine Frage schon beantwortet hast, schließe ich gleich noch eine Frage hinterher. Du hast gesagt, aktiven Mailingliste nicht benutzen, wer mit dem Umgangston dort nicht klarkommt, bin ich prinzipiell ganz bei dir. Deine Ideen für Alternativen, für alternative Kommunikationswege, alternativen Informationsaustausch, Grundsätzlich habe ich da im Hinterkopf eine ziemlich große Firma mit sehr vielen Mitarbeitern, die bis Ende 2013 E-Mail in ihrer Firma abschaffen möchte. Das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber da könnte man zum Beispiel ansetzen, dass man weniger von allgemeinen Diskussionen wegkommt, hin zu viel mehr gerichteten Diskussionen. Das kann zum Beispiel im Liquid Feedback bei der Antragsentwicklung geschehen. Das kann aber auch dadurch entstehen, dass viele Informationen einfach besser lesbar und nicht so allgemein oder so zusammengematscht veröffentlicht werden im Wiki oder so. Und dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass man die Liste lesen muss, um informiert zu sein. Und natürlich auch andere Listen, Ankündigungslisten, wie zum Beispiel die Vorsteinliste, die es hauptsächlich ist, die auf jeden Fall weiter nutzen. Finde ich super, Dankeschön. Gut, danke, Tim. So, der Gilbert, bitte. Ja, hallo. Mein Name ist Gilbert Oldmanns. Ich bin noch ein paar Tage 50 Jahre jung und bin seit zwei Jahren in der Piratenpartei aktiv. Ich habe weder Verantwortung noch Arbeit gescheut und die meisten wissen schon, was ich getan habe. Ich habe mich eingetragen in die Liste. Da steht einiges, was ich bisher so versucht habe, gut hinzubekommen. Also, ich glaube sagen zu können, dass ich weiß, was im Landesverband gut ist und ich glaube sagen zu können, dass ich weiß, was im Landesverband weniger gut ist. Und das, was ich noch nicht weiß, werde ich dann im Laufe der Arbeit für die Piratenpartei Niedersachsens halt eben noch erfahren. Ich sehe, wie viele Vorredner den Vorstand als Servicegruppe, dessen originäre Aufgabe es ist, dass wir alle so optimal wie möglich arbeiten können, dass Versammlungen weitestgehend effektiv und formal technisch einwandfrei durchgeführt werden können und dass unsere Tools, Strukturen und eine ordentliche Vernetzung zur Verfügung steht. Ich versichere euch, dass ich mit Herz und Verstand für euch arbeiten werde und verantwortlich mit dem Vertrauen, das ihr mir durch eure Wahl schenkt, umgehen. Mein Motto ist und bleibt machen anstatt labern. Meine möglichen Aufgaben als Beisitzer ist, ich bin Mitglied der AG Struktur. Ich möchte, dass die Außenwirkung für uns noch verbessert wird. Und zwar ist es so, die Medien sind nicht unsere Freunde und sie werden es auch nicht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir eigene Kanäle finden, um unser Programm und das, was wir wollen, an die Menschen und an die Bürger hier in Niedersachsen transportieren können. Wichtig ist auch noch eine wesentliche Optimierung der innerparteilichen Vernetzung. Ich fände es zum Beispiel sehr gut, wenn es, was Till auch gerade aufgegriffen hat, eine Ankündigungsliste gibt auf Niedersachsenebene, wo alle ihre Events, Aktionen und Termine veröffentlichen. Auf dieser Liste gibt es keine Diskussion, sondern nur eine, die Veröffentlichung. Und zwar, dass jeder Pirat in ganz Niedersachsen weiß, wo, wer und was gemacht wird. Und erstens, er kann sich dadurch besser beteiligen, mitarbeiten und gute Aktionen und Events, die andere KVs und SVs initiiert haben, halt den Raubmord kopieren und vielleicht auch sogar verbessern. Danke. Ja, ja, du darfst. Du hast gesagt, dass du den Vorstand so als Servicegruppe verstehst. Mir geht es jetzt so, oder so habe ich auch die Arbeit des letzten Vorstands verstanden, es treten immer wieder Situationen auf. Da muss man halt Entscheidungen treffen. Und da geht es eben nicht um Service, sondern da geht es tatsächlich auch mal um Führung, weil in kurzer Zeit Entscheidungen getroffen werden müssen. Wie du jetzt so gesprochen hast, habe ich den Eindruck, ja, kriegst du das hin? Ich bin ja nicht allein in dem Verein, oder? Klar kriegen wir das hin. Also, du kriegst das dann, darf ich nachfragen? Ja, ja, ja. Also, du kriegst das hin mit dem Vorstand, ihr seid jetzt, sage ich mal, elf Leute, ihr müsst Entscheidungen treffen, die müsst ihr zur Basis hin rechtfertigen, dann stehst du hinter den Beschlüssen und der Vorstand tritt als Einheit mit dir auf. Ja, selbstverständlich. Ja, okay. Gilbert, war gerade einer, war dich im Gespräch. Hast du irgendwas zum Thema Nachwuchsförderung gesagt? Nein, habe ich nicht. Möchtest du jetzt tun? Ja. Danke. Natürlich ist das eine wichtige Aufgabe und ich finde, dass der Vorstand in diesem Bereich noch wesentliche Dinge initiieren kann. Allerdings sehe ich auch, dass der Vorstand nicht alles kann und auch alles muss. Ich finde zum Beispiel sehr wichtig, dass unsere Gebiete, zum Beispiel unsere Diasporalgebiete, wo es unter ein Pirat pro Quadratkilometer Bereiche gibt, die unterstützt werden und gefördert werden. Das wird zurzeit im Augenblick auch sträflich vernachlässigt. Hallo Gilbert, wenn du eben gesagt hast, dein Motto heißt Machen statt Labern, warum hast du dann nicht zum Beispiel eine Wiki-Seite gebaut, in der man die Veranstaltung eintragen kann, an hier von einer Liste zu sprechen, wo dann die Mail weg ist, wenn der Tag gekommen ist für Events? Weil ich mit Wiki auf Kriegsfuß stehe. Ich hatte mich eigentlich gerade entschieden, die Frage jetzt nicht mehr zu stellen, aber ich glaube, es ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, deine Ideen zur Umgangsform in der Partei zu hören, gar nicht unbedingt bezogen auf die aktiven Mailinglisten, aber natürlich auch mit dem Schwerpunkt, da du ja auch einige Erfahrungen damit gemacht hast. Was sind da so deine Ideen, was sind deine Vorschläge, vielleicht auch als Vorstand da Akzente zu setzen? Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der künftige Vorstand drei mögliche Lösungen erarbeitet, um die aktiven Liste wieder auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Diese drei Lösungsvorschläge können wir ins Liquid Feedback einpflegen und schauen, was passiert und wie entschieden wird. Und dann werden wir uns dann der Lösung, die am meisten, also die halt eben gewinnt, durchführen. Okay, danke schön. Bitte. Ich glaube, du hast noch nichts dazu gesagt und deswegen übernehme ich die Frage von Rainer Budnick. Wie sieht es aus mit einer Kandidatur auf die Bundestagsliste? Nein, kein Mandat. Danke. Ich bitte die anderen Kandidaten, das auch zu berücksichtigen, sonst muss ich auch immer hierher laufen. Danke. Ja, Gilbert, du hast ja gerade gesagt, dass es dir sehr wichtig ist, unsere Außenwirkung auch gegenüber den Medien zu verbessern. Warum habe ich dich denn, also was hat dich denn bisher abgehalten, im Presseteam zum Beispiel mitzuarbeiten? Ich habe eine Menge in der Partei gearbeitet. Ich war beim Programm dabei, ich war bei der Ausarbeitung des Programms dabei. Entschuldigung, du hast mich nicht verstanden. Ich meinte speziell im Presseteam. Es ging dir ja um die Außenwirkung und du sprachst eben auch von der Außenwirkung bei den Medien. Also ich kriterisiere nicht die Pressearbeit. Die ist hervorragend. Ich weiß jetzt mal nicht, worauf du hinaus möchtest. Du hast vorhin gesagt, es wäre ein Ziel für dich als Beisitzer, unsere Außenwirkung auch in den Medien zu verbessern. Nein, stimmt nicht. Nicht in den Medien, sondern wir müssen selbst dafür sorgen, dass wir die Menschen erreichen. Nicht über die Medien. Nicht über die klassischen Medien wie Fernsehen, Zeitung und so weiter und so fort. Natürlich brauchen wir hervorragende Pressearbeit und die wird auch geleistet. Das ist ein Zusatzangebot. Und wie genau stellst du dir das vor? Also kann ich das konkreter haben? Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir sind eine Internetpartei. Wir könnten zum Beispiel... Entschuldigung, deine Zeit ist um. Sorry. Okay. Steht hier. Kann ich mich nochmal anstellen? Ja. Eine symbolische Runde laufen, bitte. Genau. Gilbert, wie genau stellst du dir das denn vor, dass wir unsere Wirkung nach außen verbessern? Es gibt Podcasts. Es gibt die Möglichkeit, ein Piratenradio zu machen. Es gibt Möglichkeiten, Piraten-TV zu machen. Es gibt Möglichkeiten noch und nöcher. Ich wollte mal ein bisschen assistieren in der Richtung. Wir beide hatten ja auch schon darüber gesprochen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, um Defizite, die von verschiedenen Piraten angesprochen werden, auszugleichen. insbesondere die Defizite im Norden, wo wenig Piraten pro Quadratmeter da sind. Und im Kern ist jetzt meine Frage, wie siehst du zukünftig die Direktkandidaten in diesen Gebieten, wie müssen sie betreut werden? Und wie würdest du sie aus Lafo-Sicht begleiten, um erfolgreich bei der Bevölkerung zu wirken? Also, ich brauche immer etwas Zeit, um vernünftige Antworten zu geben. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Frage dazu gestellt. Wir werden dort mit Sicherheit eine Lösung finden und es ist wichtig, dass diese Zusammenarbeit auch verbessert wird. Also du betonst es so, dass ich das deutlich richtig verstehe, dass du das auch als akutes Problem erkennst. Selbstverständlich, ja. Gut, danke. Susan. Gilbert. Was hat dich denn bisher davon abgehalten, Podcasts zu machen zum Beispiel und damit für uns zu werben? Andere Arbeit in der Partei. Okay. Ich habe mal einen Podcast von dir gehört. War der nicht von dir? Also ich habe schon mal Internetradio gemacht. Ja, das stimmt. Und ja, einfach nur aus Probe halber. Also ich habe die Software und alles da. Ich könnte in zwei Minuten ein Internetradio anfangen. Nur ich bin nicht der Richtige dafür, weil ich, ihr seht es ja selbst, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich nicht so besonders gut. Ich habe es immer noch nicht ganz. Ich habe es immer noch nicht ganz. Weshalb geht das im Vorstand besser? Weil ich da mehr am Puls der Entscheidung bin. Das bedeutet aber nicht, dass wir wichtige Dinge, die im Vorstand entschieden werden, nicht auch mit der Basis auch besprechen und entscheiden. Ja, nicht über eure Köpfe hinweg. Bist du jetzt fertig mit...